Hallo und herzlich willkommen hier zu A Way Out als Komplett-Gameplay-Zusammenschnitt aus den letzten beiden Streams zusammen mit Freddy. Freddy bringt da was auch auf seinem Kanal, Link unten in der Videobeschreibung. Genau, rausgeschnitten sind halt die ganzen technischen Probleme und sonst was, was wir alles für eine Odyssee während des Streams durchgestanden haben. Hier als bereinigte, wunderschöne Version. Angucken, wer Lust drauf hat und ich wünsche dir viel Spaß mit A Way Out. Sehr schön. Hast du dir ja auch passend dazu so Knastiklamotten geholt? Nee, ich hab, guck, ich hab so ein kariertes, ein kariertes Hemd an, also ganz edel. Ach, Herr Jemile. Ja, kannst du meinen Kopf bitte auch auf die Person nach Fotoshoppen im Thumbnail? Ich hab kein Bild von dir. Kriegst du? Ist doch gar nicht so schlecht. Also ich find's gut. Dann würde ich an, geht's los. Ach, je. Hey Vincent, was ist dein Plan after this? Ich weiß nicht. Alles gut bei dir, Max? Jo, ich leb noch. Willst du, willst du den? Ja, ja. Der Bart ähnelt auch meinem Bart etwas mehr, deswegen. Ja, der passt, ist mehr als der rechte. Hast du den jetzt schon gewählt? Nee, noch nicht. Es kommt grad, grad Dialog. Achso, du hast den Dialog noch. Ich hab den gerade gar nicht. Oh. Ja, ich hab Dialog. Deshalb hat mich das gerade gewundert. So, jetzt. Bereit. Vincent heißt ich, ne? Ja. Wer heißt du? Nicht Leo. Leo, okay. Wird geladen. Und ihr mag den rechten lieber. Also dich. Ich mag den linken lieber. Aber ich spiel ihn diesmal nicht. Ein bisschen Bus fahren. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt rausfliege? Dann pauset dein Spiel, ne? Dann würdest du es abspielen, ja. Abkacken. Ja. Mal gucken. Kann ich nicht spielen, würde nicht passieren. Also falls der Stream nochmal abstürzt, bin dann nach zwei Minuten wieder da. Top. Mal gucken, ob die Facecam auch so passt, aber das sehen wir alles gleich, denke ich. Ich hoffe mal, das Lichtlichst immer positiv denken. Ich bin ganz positiv. Vor allem auch, weil das erst heute Abend, vorhin das allererste Mal passiert ist. Also, als ich alles eingerichtet habe für den Stream. Aber was ich sagen muss, die Grafik sieht gut aus. Mir geht. Wie hat mich passiert? Es könnte ja noch mehr. Na ja, aber an sich. Na du? Oh. Guten Tag. Sag mal aus da. Ja, ich komme. Ich gucke mal, ich beobattete dich. Das ist ja echt geil. Ja, guck mal, da unten bist du. Guck mal hoch. Ja, auch bist du. So, lauf Junge. Ich kann nicht, ich kann nicht sprinten. Ne, noch nicht. Das finde ich aber schlimm bei Spiel, weil man sagt, so schnell, schnell bewegt dich und man kann nicht sprinten. Nichts, bleib stark. Oh, bleib stark. Sind die ja Lukas jetzt auch, ne? Von mir, oder? Ja, ich bin sicher, dass du das machst. Na ja, klar. Wir sehen immer das Gleiche. Das ist geil. Ich schieb mal schnell die Facecam. Äh, da will ich hin. Hast du dir auf deine Seite gezogen? Ja. So, dass es ungefähr passt. Du bist nicht auf vacation. Das ist eine fucking Prison. Oh mein Gott, Mann. Dieses Ort ist schlecht. Es ist wirklich, wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ich kann nicht hier leben. Ich bin hier nicht. Ich bin hier, Mann. Was weißt du? Was weißt du? Was ist es, du weißt, über dieses Ort? Es ist schlecht, Mann. Schade, fucking News. Ist es wichtig, mit Leuten zu reden, an sich so? Ja, nö, kannst du. Okay. Du bist halt ganz entspannt, so. Du bist auf. Geh in da. So. Hey, Guard. Einmal unterschreiben. Und weiter geht's. Hihi, sehe dich gleich. Oh, das habe ich im Pfeiler gesehen. Hallo, Max. Hallo, Freddy. Guck, wie ist so doof. Sonst komme ich da gleich hoch. Nee, nee, nee. Mach dich erstmal nackig. Ah. Rempel, rempel, ein bisschen die Wachen an. Ah. Bleibt Stress. Hallo, Robert. Guten Abend. Hey, wie geht's dir so gut? Und dir? Ich glaube, ich muss weitergehen. Ähm. Äh, ausziehen. Super. Na du Spanner, Freddy. Ich hab so'n riesigen Zinkengesicht, ey, guck mal. Oh ja. Oh shit, du bist immer noch krank. Weiter gute Besserung. Das ist nicht, nicht schön. Müssen sie mit dem Tensieren wachsen. Oh nein. Guck dich hin, Leute. Das war ja nicht mal alles, also. Ah, das ist gemein. Ich hab kaltes Wasser. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Habt ihr nicht gesehen? Hat keiner gesehen hier. Ich komm's wieder unten an. Oh, jetzt hab ich einen großen Stillscreen. Nice. Guck mal, da bist du. Ach, wie schön. Alle in einer Reihe. Jetzt gibt's einen wunderschönen Monolog, bestimmt. Vom Gefängnisvorstand. Gar nicht. War nur ne Frage. Bewegt dich mal, Max. Guck mal, jetzt überholt dich in der Schwarze. Ich lauf ja. Er ist mir aber einen Schritt voraus. Ich kann nicht... Es geht nicht schneller. Ach, du verfolgst uns. Wenn ich zu dir nach da oben komme. Kommt in den Nachbar gewesen, wenn ich mich mal. Wo musst du dich hin? Oh, ich geh die Trappe hoch. Okay, ich geh nicht. Ach, das ist meine Zelle. Get dressed. Ach, erst mal was anziehen. Übrigens, ich hab vorhin in PUBG das erste Mal wieder meine Hose eingezogen. Ich hab dran gedacht. Johnny hat mich dran erinnert. Habt ihr den neuen Modus gespielt? Ja, ja. Ist witzig. Aber der ist... Ja, geht. Also so. So. Die Zone könnte größer sein, sagen wir mal so. Ist sehr stressig. Ja, richtig stressig. Ach. Ich find's cool, vor allem mit dem Verschieben von Blitz-Blitz-Queen. Ja. So, wuff. Leo. Was? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. Komm mal zu mir rüber. Nee, will ich aber nicht. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. He put me in the hole for three weeks. I'm gonna kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in there and it'll be good this time. I don't care. I can't do that. Ich kann mich auf die Bank setzen. Ach ja, wir müssen einen neuen Rekord aufstellen. In was? Da dann. Oh, ich werde lange drücken. Let me go! Gibt's beide Stärken da oben? Unser Rekord liegt bei, ich glaub, 23 oder so. Bei Klimmzügen? Ja. Das wird immer komplett immer schwieriger. Okay. Ich schaff' das. Ah, komm. Oh. Ich bin bei 10 und das... Okay, fürs nächste Mal. Ich schreib mir dafür ein Makro. Ja, okay. Ich helf' dir mal. Ja, du sollst mir mal helfen, Alter. Ja, oder ich guck noch ein bisschen zu. Du kannst glaub ich auch nur zugucken, oder? Sieht aus, als würden die dich ja nicht reinlassen. Lass' mal gucken. Ja, mal gucken. Ja, das ist richtig nett. Wieso ich jetzt? Oh, linke Maustaste. Oh, linke Maustaste. Rechte. Linke. Das ist nicht bei Quick-Time-Event so gemein, wenn man nicht sofort siehst, welcher Button es ist. Marien fertig. Klatsch. So geht das. Quick-Time-Event... ...und die Taste schon vor dem Quick-Time-Event drücken, weil man weiß, was passieren wird. Oh, oh, der ist falsch, die Lass' die gedrückt. Oh, hallo. Klatsch. Und gib ihm schön ein Ausfressbettchen. Er hat's verdient. Ah, jetzt kommen die Wachen und versauen die ganzen Spaß. Ja, leider. Hm. Du! Du! Ja, 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 ja. Bleib von mir weg, okay? So gehört. Halt dich fern von mir, Max. Ich mach mal ganz schnell Grafikeinstellungen. Warum? Ganz leicht drunter, weil manchmal hängt's so ganz leicht. Und ich... Oh, so. Schön, dass ich flüssige 60 FPS haben. Oh, es gibt Essen. Das ist sehr passend. Ich gönne mir jetzt meine Milchschnitte. Boah. Hm. Will auch. Die liegt hier jetzt schon ein paar Minuten. Ich guck schon drauf und warte nur auf diese Ess-Szene. Ja, natürlich. Dass wir irgendwann mal essen können. Verpisst euch da, ich will da hinten. So. Alter, lass mich doch mal nacken, ich schwör, alter. Einen schönen Apfel. Dann trinken wir erstmal ne Runde. Wie geht's, ihr zwei Lovebirds? Hab einen Chat irgendwo anders. Ich will essen. Hey, ist jemand zu sprechen? Nein? Hm-mm. Ich höre niemanden. Ich auch nicht. Es war ne Runde. Ich hätte auch, ich hätte mal mit Reden machen können. Hallo. Oh. Da geht's weiter. Das Problem ist ja ziemlich lustig. Oh. Ich hab mir eine für dich gefangen. Ei, ei, ei. Der hat gesessen. Wieso gibt's überhaupt so offene Messer? Richtig, das frage ich mich auch. Warum? Also da müsstest du dich doch ständig. Das ist doch irgendwie nicht normal, richtig. Greif den Löffel. Lass ihn hier bitte in Ruhe. So ein Regal umwerfen macht sehr viel Sinn. Einmal abwerfen von den Typen. Oh, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Erst mal ne Wache abstechen, ne? Und so macht man das im Knast. So regelt man das. Shit. Ich hake diese Dinge. Nicht haben schlechte Dinge, die hier überraschen. Ganz, ganz, ganz kurz, aber nur. Jetzt gibt's Prügel. Oh, oh. Einmal Spritze. Ja, 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 thanks. Wen wollen wir haben? Ein Schraubendreher. Hey. Hey. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Well, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it. That's all. Sorry. Not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, wait, wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, alright. I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Just don't get caught. So. Okay. Okay. Gut, äh. Machst du? Überprüfen fix. Ich will nur kurz das überprüfen. Okay. Ich warte hier im Bett. Ja, mach mal. Ich muss mich eh noch für meinen krassen Wunden erholen. Womit ist das doch in den Gefängnissen in Amerika, ne? Äh, ja. Wieso habe ich eine Decke an? Weil es muss doch eigentlich schweinewarm sein. Wie ist nochmal die Shadowplay-Taste für das Menü? Al-Kuh. Al-Kuh oder irgendwas sowas? Ah, ne. Was ist das Ed-Zeit? Ich weiß es leider nicht. Weil ich die Shadowplay-Taste bei mir anders belegt habe. Ich habe mich gerade ein bisschen besorgt, aber auch fern nicht hier mein Dings aufnimmt. Der, äh, Lio hütet die Schaf. Ich vermute mal, wenn ich G drücke, triggere ich irgendwas, ne? Okay. Okay. Und zwar, ähm, ja. Ich habe dir ja noch überhaupt nichts eigentlich aufgenommen mit dem... ...und habe jetzt hier nicht eingeschickt gehabt, dass er weiter die Spuren trennen soll. Das habe ich jetzt gemacht. Genau. Ist gut. Ich drücke jetzt G, ne? Soll das Sound besser sein? Ja. Okay. Dann ruhig mal die Schwester an. Beste Schwester. Kann man schneller kommen? Ey, braun bisschen. Die sind schon langsam. Das sieht so gut aus. Was kann ich für dich machen? Der Typ darf hier den Weg. Oh, kann ich etwas haben? Ah, Wind machen Wasser. Ich habe eine sore Haut. Kann ich etwas Wasser, bitte? Klar. Danke. Okay, ich hatte nämlich Schiss beim anderen, dass sie dann rausgeht. Hier, du musst gleich mal, äh, mich wieder was machen. Ich hoffe, ich werde dich nicht beurteilen. Natürlich nicht. Das ist mein Job. Was muss ich machen? Guck dich mal um. Oh. So ein Mist aber auch. Wie konnte mir das nur passieren? So, äh, sch***. Dann muss ich dann mal gegenklopfen. Ich muss da mal gegenklopfen. Ich muss da mal gegenklopfen. Es ist schwer. Schau, was du mir machen kannst. Danke. Ich kann auch gegenklopfen. Es ist schwer. Ich kann mich nicht drinnen. X Copper. Mir geht doch auch. mit dir essen oder ich habe schmerzen ich habe schmerzen ich kann es nicht sagen okay ich brauche nicht okay das hat ja schon mal geklappt hey what are you up to nothing let's move yeah sure weiter geht's mal gucken ob wir an eine prügelei kommen zeichnest du gerade einen fluchtplan oder so what's your plan excuse me i know what you're up to i don't know what you're talking about come on now look i appreciate what you did back there but you need to back off hey what i'm sure you have good reasons to bust out of here but i need to get out of here too yeah not my problem just offering my help here you know what i don't need your help i can handle myself yeah like you did in the infirmary back there you're trying to be funny no i'm not listen i'm pretty much in on this just trying to make you understand that you could really use my help like i said i can handle myself what about harvey what the fuck do you know about harvey who you been talking to the walls are thin in here what's supposed to believe that let's just say that you and me have something in common we both want him dead da hab ich dich getrögered da hab ich dich getrögered vielleicht nicht aber harvey hat jemand sehr nahe zu mir mit oder ohne dich ich gehe nach ihnen aber ich bin ziemlich sicher dass unsere Chancen sind viel besser wenn wir zusammen waren und du kennst das und wer misst euch mhm mhm doch gut so liegt vielleicht an deinem bad dialog über dialog es ist nacht ausgerechnet unsere zellen natürlich auch nebeneinander ja es ist mein plan und ich entscheide was unter du hast das? sicher was auch du sagst ich meine es, Mann du f*** das ab, ich werde dich selbst töten ja, ich verstehe es also was ist dein plan? du wirst du schnell genug wissen wow wow, das ist ein masterplan ja krass ein weg raus einer oder mehrere einer oder mehrere rieder zurück rieder zurück im Flugzeug zusammen ja, ja, sicher aber wenn es nicht für mich gewesen wäre dann wärst du noch da nicht vergessen ich habe deinen Scheiß zweit ich weiß nicht über das meine Scheiß aber ich gebe dir das es hat mir geholfen ein bisschen ein bisschen ha Vincent ein bisschen ein bisschen richtig aber bestätigen und betonen hopp fred ist fred dein freund vielleicht man weiß es nicht was ist ich muss auf dem Ruf kannst du es passieren es wird dir kosten du wirst ich bin gut einfach hoch ja hey fred wassup all good what do you want got a couple of workers here need to change the scenery ah sorry we're full sure we could figure something out right okay guess we could use a few extra hands around here einmal reingekauft so muss das Leo hurry up we don't have all day we're waiting right here hey see up there yeah we need to get up there somehow all right so okay ich muss tatsächlich noch mal ganz kurz pause machen bin aber gleich wieder da jo ich warte hier und rempel wachen an ja ja und die kann ich gar nicht anrempeln gut kann ich da nicht einfach hoch gehen wahrscheinlich nicht alle schiefen ja ich kann gar nicht rückwärts gehen wie traurig ich sehe mich nur um okay dann ich sollte besser nicht drauf drehen er tritt immer wieder drauf auf geht's mir ich bin zweitest mal Was ist das letzte? Trust me, ich habe jeden Job versucht und das ist von weitem der beste. Die Sicht und die Schmerz. Eww, was machst du? Echt? Echt? Wir gehen zurück zum Wark. Was gibt's? Einen Tattenspieler. Kannst du dir helfen? Entschuldigung, Mann. Der einzige Ort mit einem Tattenspieler ist das Wardens Office. Und wie viel kostet das? Geld wird dir nicht helfen. Der einzige Weg nach dem Wardens Office ist, dass er sich von dem Mann selbst verabschiedet wird. Ich denke, wenn man den Tattenspieler vom Direktor klaut. Wenn du diese Sicht magst, dann hast du definitiv viel zu viel zu viel. Entschuldigung, es ist mein erstes Tag, das zu tun. Wie lange hast du gearbeitet? Viel zu lange, Mann. F***. Wie geht's? 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 Meine Brom ist kaputt. Nun, nicht nur stand da, krieg eine neue. Klar. ich bin auf ihn. Na auf! Hey, meine Brom ist kaputt. Direkt hier Settings. Jetzt, jetzt, jetzt! Räuberleiter. Oh ja, anders gemacht werden. Wisch, 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 wisch. Wisch, wasch, wasch. Mit waschen und wischen hab ich ganz viel Erfahrung. Du, was machst du? Nichts, was ist das Problem? Ich hab dir eine neue Bremse. Komm her. Komm her. Ich hab das Teil. Ja, ja, ja. Gott, es ist Zeit, zurück zu kommen. Ah, Scheiße. Ich muss jetzt mal die Wache ablenken. Leo, distract ihn, verdammt. Er geht doch gerade wo wir anders hin. Geht mit ihm. Kann's gehen. Ach, lauf, Junge. Weiter. Gleich das Teil mal genutzt. Meister zu Fred. Geht mit ihm. Geht mit ihm. Scheiße, es ist lockt. Leo, kannst du mir helfen? Gib mir einen Moment. Ich habe den Locken öffnet. Natürlich! Mit einem Holzbesen. Der eben durchgebrochen ist. Eben. Den ich eben mega leicht durchbrechen konnte. Ja, klar. Ich werde es jetzt an Fred geben. Nein. Ihr Fred. Ach, sehr schön. Mhm. Ja, Realismus war jetzt gerade nicht so da, aber na gut. Warum war der denn nicht da? War doch alles, äh, alles gut. Wie bitte? War doch alles super. Naja, ich meine, äh, das Schloss, das Schloss durchbrechen war. Ja. Ich hoffe, du magst es. Ich bin sicher, dass ich es will. Naja. Hehehe. Einmal der bekannte Bücherschmucke. Wird's cool. Und weiter geht's. Ja. Ok. Einfach. Du spenkst an. Jo, steharte. Mit was? Aufzubohren. Ah. Ja, jetzt kommt natürlich der Typ. Ich denk den ab. Was? Ach so, ich muss hier anfangen. Oh! ich habe das ding ist morgen besuchertag abbrechen abbrechen du musst jetzt gucken wann er kommt sagen ok falls sie es ja auch aber ich sag es mal lieber auch und tannis noch alles gut so wird der andere kommt auf die andere seite ja er kommt 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 einer kommt er kommt erst einmal näher ab abbrechen knappe sache und weiter geht ich dachte mir das früher oder später wird die wache da hinten kommen ich wette jetzt kommt nämlich von der anderen seite kommt sie gleich wieder ja noch haben wir zeit der schein der taschenlampe kommt immer näher so jetzt noch zwei zellen weiter oder drei zellen von dir weiter wenn sie am tor am gitter ist dann mache ich zwei zellen jetzt kannst du abbrechen ich weiß nicht ja ok da ich lasse es mit ablenken jetzt bist du eh fertig ich bin noch nicht ganz fertig ach je noch bin ich nicht fertig lass mich allein ich bin noch ein kleines stück ok weiter jetzt müsste ich auch doof vorkommen die ganze nacht immer da fertig Wir können aber alleine jetzt abhauen. Guckt grad wer? Ne. Da, nehm ihn dir. Ich? Warte. Jetzt genau andersrum, so. Okay, aber die Wache kommt ja gerade in, oder? Ja, die Wache kommt gerade. Ich war grad so komplett verwirrt. Oh, die leuchtet bei mir in die Nachbarzelle rein, aber äh... Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ne, ich muss noch warten, bis sie wieder zurückgeht. Weil er wieder zurückgeht, richtig. Das macht keinen Sinn jetzt. Oh, Max, du hast das. Du schaffst das. Danke. Ich versuche es. Ne, jetzt kannst du. Der andere kommt, der andere kommt! Ach du Kacke. Alles gut, alles gut. Ich hab abgeworfen, ich hab die Taste gefunden, Zuluck. Ah. Hallo, Wache. Eie. Ich werde schlafen gehen, geh hin. So, go, go. Der andere kommt auch wieder, was soll das? Doch, kommt schon. Was soll das? Ja, gib wieder einen Kommentar ab. Oh, hier. Oh, hier. Go. Du guckst, ne? Ja. Alles gut für alle. Ach. Das ist das Drehen, was du mit dem Joystick machst, muss ich jetzt mit WRSD. Haha. Ja, richtig dumm. Er kommt wieder. Aber du hast noch einen ganzen Tugend Zeit. Ja, ich versuche das WRSD noch durchzubekommen. Abbrechen. Das war auch knapp. Geht. Ja, ja, schon. Geht noch. Also im Echtleben wäre das echt, boah. Aber das ist ja auch das echte Leben. Du lehnst da so am Gitter die ganze Nacht. Tatsächlich, der andere wird glaube ich, kommt glaube ich nicht mehr. Sollte ich das in Erinnerung. Let's go. Weiter geht's. E-Spam. Na ja. Und der Amol kommt? Dann war du hast noch viel Zeit. Ich mach dir mal Hefte. Er geht ja auch erst mal bei mir vorbei. Der andere macht hier auch noch weiter. So ist er auf den Weg. Ja, ja. Go. Jetzt aufhören. Ja. Hat gefasst. Ui. Hey, Guard. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Noch mal ein bisschen talken. Gar nicht fällig. Soll er wieder zurückgehen, das heißt. Ja, ja, ich geh schlafen. Ich würde sagen, der Andegard kommt auch, aber das war ja der gleiche. Go. Guckst du? Ja, ich gucke. Andere Seite? Nee, kommt noch nicht. Also er hat doch aber langsamen Mund. Ich bin gleich durch. Zack. To be. So. Helio. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Clack out. So. Ready? Yeah. Ready? Max, ready? Natürlich. Und raus hier. Ist aber relativ easy. Passt das Spiel? Nee, also jetzt hier aus der Zelle. Das Spiel ist auch total easy. Zack. Ah, das ist disgusting. Wie war eigentlich die Spielzeit? Fünf, sechs Stunden. Ah, also bis zwei Uhr heute Nacht. Nee. Das werden wir heute nicht durchkriegen. Ach, Leert hast du, weil Leiter klettern, genau. Lauf. Ich komme. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Soll ich mal loslassen? Lass. Gucken. Wird ich gerne mal gereden. Ah. Ne, gucken. Irgendwas muss es hier auch geben. Oh, du kannst das auch machen. Da, ein Stromkabel. All right, it's shut down. You can go through now. Oh. Hält auch halt gar nicht auf, die Lüftung irgendwie mal auszumachen. Nee, ist... Na okay, ist das... Schon etwas... Wir spielen ja in den 70ern. Ja, aber irgendwann fällt es halt auf. Zack. Tore sind offen. Ja, klettet mal unter. Es ist ein langer Weg nach unten. Ja. Wir brauchen etwas, um da unten zu kommen. Ja, wir machen es. Oh. Hold on. Over here. Ups, bin ich rausgetappt. Die Fels können wir einmal schnell verschieben. Check this out. Was denkst du? Die Dialoge etwas angenehmer. I think the sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow our mates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. Warum nehmen wir nicht die Bettlaken an unsere Zellen? Once we have the card, one of us has to hide in there. Then what? The card will inspect you and then bring it to the back room. When you move there, you will inspect it. And don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Wer darf im Wagen fahren? Ich will rein. Auf den fahren. Ich muss mal ganz kurz... Eine Sache... Ich bin mal ein bisschen leiser. Oh, jetzt kann ich meine Maus wieder drehen. Ehe. Ja, alle sind zu. Erstmal auf den Boden ablegen. Ja, damit man halt dich besser hört. Oh, da darf ich nicht hin. Oh, ja. Klar. Hier, da hinten ist glaube ich einer. Den könnte man den klauen. Hey! Get your own card! Scheiße! Wo ist denn der eigene... Wo steht hier noch einer? Ja. Grüße. Oh, der hier. Warte. Legen wir mal ab. Hey, Mann. Ich könnte eine von diesen Karten da benutzen. Äh, sicher. Name und Nummer bitte. Vincent Moretti. 3465. Vincent, Vincent... Nein, es gibt keinen Vincent hier. Entschuldigung. Du siehst, als ob du ein Mökener Typ bist. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich. Du weißt, ich habe einen guten Tag hier. Ich glaube, er hat deinen Namen auf. Ah, danke. Warum gehst du nicht und sich selbst behandeln? Ich könnte einfach das machen. Hier du gehst. Läufst du da erstmal im Kreis. Oh, ich habe es mir lieber gemacht. So, äh... Ja, ich muss gerade... Ich wollte doch rein. Warte. Wir können auch das rum. Wir machen mal so. Wenn du rein willst, dann... Ich bin doch... Bei mir... Ich habe mir doch viel mehr Verdacht nach dem Schiebe. Ihr seht doch schon so kriminell aus. Ja, ja. Dein Bart, ne? Du musst noch was drauf und da rein drauf packen gleich. Wie bitte? Du musst noch was drauf und da drauf packen. Er warte. Das wird mich ausreißen. Das wird mich ausreißen. Ja, ja, ja. Für ein professioneller Wagenschieber. Okay. Einmal Rinder. Das sieht ja top aus. Wie bei dir dann die, äh, Luke aufgeht und... Okay, we're all set. Cover yourself. Komm mal auf. Pack mal mehr rein. Komm mal auf. Also, pack mal was rein gleich. Wenn ich mich versteckt hatte. Ob man das dann aussieht. Ne. Ne. Wow. Probieren wir es, ne? Ja, Mama. Dann einmal, äh... Formel 1. Oh, geil. Ich kann ihn sogar so hin und her springen. Mir wird schlecht. Bitte hör auf damit. Ich muss mal absichtlich wissen. Okay, versteck dich jetzt. Hab ich. Soll ich mal loslassen? Mein Puh. Okay. Mal sehen, was wir hier haben. Okay, sieht gut. Geh weg. Okay. Zeit, jetzt zu raus von dem Garten zu kommen. Wache. 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 Ich glaube, ich muss mich da gleich drum kümmern. Ich glaube, ich muss mich da gleich drum kümmern. Ich glaube, ich muss noch, oder... Alles gut. Ich muss das gleich machen. Ich habe es im Trailer gesehen. Deswegen, ich mache das mal schnell. Echt? Ja. Weil ich kann hier hinten dir auch gleich helfen. Ich muss nämlich die eine... Ich glaube, dass man was hier reinschmeißen muss. Hab ich gesehen. Ich habe mich voll selbst gespoilert. So. Die Wache ist weg. Ja, aber hier ist noch eine. Ich könnte das mit Vincents' Hilfe kommen. Ähm, ich stehe jetzt hier vor der Tür. Da solltest du mir bestimmt... Sehr schön. Vor dir jetzt hin. Ach, Räuberleiter. Jetzt müssen wir die Schilder in den. Erstmal nehmen. Okay, anscheinend muss ich es doch erst nicht nehmen. Komm, hand mir ein paar Schilder. Ja, 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 ich komme. Gib mir hoch. Ja, ich beeile mich doch. Wenn die Wachen kommen, sind wir aufgeflogen. Mehr. Ja, vier reichen. Klar reichen vier. Guck mal, der ist immer noch aus, das meine ich. Irgendwann muss das doch auffallen. Oder jetzt schon ein anderer Tag, oder nicht? Ja, er muss ja die nächste Nacht schon wieder sein. Okay, ich hoffe, dass du es machst. Ja. Wir hoffen so. Dann, äh, ich geh mal vorne. Ich hoffe, dass diese Schilder zusammenhalten werden. Woah, was meinst du? Na, es sind Schilder. Nicht eine Röpe. Du wirst niemals wissen. Oh, Scheiße. Oh, wache. Ne? Wo bist du? Ach, da. Hoch damit. Wieder ein Loch. We need a light. Ah, fuck it. I'll go first. Nein, du... Okay? Uh, ja. Du brauchst ein Licht, dann. Du brauchst ein Licht. Du brauchst ein Licht. Ja. Ich kann nicht die Schilder hier sehen. Ja, so dunkel ist das ja gar nicht bei dir. Ja, doch. Guck mal. Okay. Ja, ja, ja. Da schon. Du seht jetzt die Taschenlampe? Taschenlampe? Taschenlampe. Hier untergeben, oder nicht? Ach ja. Leider hast du. Weil eben, als er gehasst hat, die Taschenlampe geht... Ah, jetzt geht's eben. Oh, lecker. Hey, du bist den anderen Weg gegangen. Hier. Hier, du musst mir leuchten, glaube ich. Was? Es war alles kalt. Das ist, warum wir ein Licht brauchen, Leo. Smartass, hm? Ich bin gespannt, ob du denkst, eine dunkle Anlage zu kalt ist. Dann, dann dreh mal. Ich leuchte dich aus in der Zeit. Hey, das Wasser wurde verbrannt. Mal sehen, ob du eine Öffnung findest. Oh, Gott, verdammt. Dieses Wasser riecht wie Scheiße. Was ist Scheiße? 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 Das ist schon lustig. Komm ich jetzt hier irgendwo runter? Hier wohne ich. Ach, ich soll erstmal nur leuchten. Ja, natürlich. Du bist meine Lampe. Deine Erleuchtung, dein Licht in der tiefsten Dunkelheit. Dann, dann dreh mal. Du musst dann nicht mal aufleuchten. Hast du es gesehen? Geh bitte? Das hat er es schon gemacht in der Nacht. Ja, gucke. Es sieht aus, dass das Wasserflug stoppt. Okay. Ich wär auch da so durchgekommen, ey, ohne das Wasser auszustellen. Aber wie komm ich jetzt hin? Ach. Ja, das soll ich gleich hinhaben. Vincent, gib mir das Licht. Nö, ich geb dir die aber nicht. Gib mir die. Tschüss. Ich hab jetzt auch. Und das nicht alleine. Ja, wie komm ich weiter hier? Gar nicht. Ach, hier. Ja, boah, warum dreht der auch an dem Rad? Ist der dumm? Da bist du. Hallo. Ach, jetzt brichst du mal wieder ein Schloss auf, ne? Ich seh schon. Ich geh mir die Tasche hinab. Ja, ja. Warte. Hol einen Besen. Das sollte funktionieren. Mit dem Stein. Wow. Hier natürlich. Und die nächste Möglichkeit, ein Schloss unrealistisch zu öffnen. Aber es ist okay. Ja, na klar. Das war schon verrostet, ne? Deswegen ging das. Ja, ja, klar. Der Keller steht halt auf dem Wasser und so und dann, ja. Geh hier. Lass uns das aufbauen. Was ist da nicht im Hang? Ah, top. Ähm. Leuchte mal schön. Ja, ja. Lass mich doch auch vorgehen, ey. Ja, wie gesagt. Lass uns das aufbauen, ey. Ich hab schon Radon gesehen. Oder Maus. Ja, geht nicht. Hier ist doch... Ah, da ist hier. Ja, andere Richtung. Nee. Da kamen wir doch her. Nein. Nicht? Da kamen wir nicht her. Was hast du denn für die Orientierungssinn? Ey, mit dir kann man echt nicht aus dem Knast ausbrechen. Sorry. Du bist voll der Lappen. Ich war noch nicht so oft im Knast. Nein. Gar nicht. Soll doch keiner wissen. Ach, diese Wände sieht man öfter im Spiel genau die gleichen Texturen? Naja. Ja. Oh. Oh. Oh, fuck. Es ist zu hoch, Mann. Das ist doch ein Neulaken. Hier. Gib mir deinen Arm. Was für? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe deine Brücke gegen meine Brücke. Das hast du auch gesehen, Tyler. Stimmt. Wie Kletterprofis. Ach, jetzt müssen wir im richtigen Moment, ne? Ja, wir müssen das machen. Oh. Ja. Du musst, ne? Go. Ja, erstmal muss ich jetzt einhören und dann müssen wir jetzt gleichzeitig. Jetzt. 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 Oh, warte. Muss ich kurz korrigieren. Warte. Und jetzt. Warte. 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 Ich sage, wann du wieder los geht. Und jetzt. 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 Gar nicht so einfach, dass du... Na, jetzt zu treffen. Ich sage es. Warte. Komm, hinterher. Und dann machen wir nochmal weiter. Und jetzt. 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 Na, ganz knapp. Dein Ernst. Ja, die Testverzögerung ist halt auch leicht. Jetzt. Jetzt. So. Go. Go. Ja, aber du kannst es selber wieder gucken. Es geht ja nur darum, dass wir das halt im Stück machen. Und eben nicht einer mal ein Ausfest oder so. Ja. Jetzt sitzen wir da. Jetzt sitzen wir da. Fredo Heights? Irgendwas so. Bist du wirklich ernsthaft? Ein Wunsch wäre schön. Es gibt nur ein Ort, wo du das kannst, den Workshop. Der Workshop. Ja. Verdammt. Verdammt. Dann müssen wir die wieder runterhauen und dann gehen. Ich glaube es ist der gleiche Weg nach unten, oder? Ja. Also wieder zurück. Ja und Max, ich muss gleich mal kurz aufs Klo. Wie kannst du nur? Ja, es ist, wenn man so im Knast so ausbricht. Ja, du bist die Nacht nicht aufs Klo gegangen. Richtig. Dann warte ich hier und hole mir gleich Kinderschokolade und... Du kannst ja ein bisschen arbeiten, kannst du wirklich Nägel so reinhauen. Dann schufte ich halt in der Zeit, wo du dich auf dem Klo vergnügst. Ja, was ist Dialog und so. Ich muss noch kurz ein bisschen mit dir talken. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So. Dann, äh, können ja wirklich arbeiten. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Echt nicht. Aber man sieht sogar was, was man tut. Also auf dem Brett dann. So, suchen wir mal einen Schraubenschlüssel. Gehen wir mal mit dem Typen mal. Hey, ist das der Ort, um Tools zu kriegen? Ja, ja, sicher. Wir können sie hier holen. Bis sie dich verraten, um sie zu verlieren. Hey, guck mal. Es wurde vielleicht gestohlen. Es ist Werkzeug schwer zu kriegen. Das bringt uns mehr weiter. Er hat ganz viel zu tun. Haben wir denn irgendwo einen Schraubenschlüssel, den wir jemanden klauen können? Ah, ich weiß. Das wird wahrscheinlich das Problem sein, dass wir auf der anderen Seite den Schraubenschlüssel bekommen. Ja, was wir sabotieren können. Das hat ich jetzt gar nicht vor, aber... Und, hast du dich vergnügt? Ja, ich hab den Metalldetektor schon mal ausgeschaltet. Ach. Hö? Bist du schon durch? Weil ich's konnte. Ich hab nur den Schraubenschlüssel noch nicht. Ist das ein Blatt hinter dem Schraubenschlüssel? Ich könnte diesen Hatch nutzen. Da geht's. Ich hab ihn noch nicht gefunden. Da. Ich bin in den Report. Hey, das ist meine Wrench. Ist das? Okay. Das ist Steiner. Denk ihn mal ab. 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 Was, Alter. So, du kannst durch den Metalldetektor durchgehen. Hey, eigentlich gibst du das doch hier durch. Ja, ja, aber du kannst auch durch den Metalldetektor durchgehen. Es gibt mehrere Wege. Ah. Lass dich einfach durch. Wer dich ja durchsucht. Nö. So. So, du musst dich bitte warte. Ja. Du stehst ein bisschen im Weg rum, wie immer, Max. Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest irgendwas mir geben oder sonst sowas. Ne, ne, ist meiner. Ich hab den Masterplan. Ja, ja. Du musst halt erstes durch, glaub ich. Geh auf den anderen Seite und hilf mir. Das wird ein Problem sein. Das ist auch bescheuert, dass er das Fenster auf uns stehen hat. Ich weiß nicht so. Also wirklich. Ja, aber... Da denkt man halt auch nicht dran. Die Suchung ist echt richtig. Ich würde es hinten im Gürtel verstecken, den Schlüssel einfach. Waagerecht rein schieben. Ja, ja. Einfach. Hey. All right. Lapp mich rein. Danke. Nitter Herr Wächter. Okay. Äh. Müsst mit den reden, ne? Da willst du. Hey Boys. Da ist ein Problem. Was ist das? Lass mich dir zeigen. Komm mal. Lass mich dir zeigen. Es ist hier. Du musst halt durchkommen. Ohne halt. Die lassen sich aber auch schnell ablenken. Was ist passiert? Da ist etwas passiert. Ich glaube, es ist ein Kampf. Lass uns gehen. All right. Schritt nach vorne. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Shake down. Up against the bars, Inmate. Oh. Hörst du mich? Ich habe gesagt, up against the bars. Ich habe gesagt, up against the bars. Let's go. Scheat. Ja, die wollen bestimmt dein Ding haben. Hier, go, go, go! Ich habe noch gar ins Tor gesteckt. Ne, ne. Nicht hier. Du solltest es irgendwo anders hide. Ich kann es aber machen. Oder hinterlegen. Oh, sehr schön. All right. Arms up. Back up against the bars. Sir. Aufs Regal. Aufs Regal. Hätte ich nicht gesehen. Oder halt unter das Bett. Oder keine Ahnung. Ja. Ins Waschbecken. Hey Baby, bist du gut? Deine Frau. Oh mein Gott. Gott, ich miss dich. Ich miss dich auch. Mein iPad. Oh. Geht auch. Linda. Ich habe einen Plan, um hier rauszukommen. Gut. Was kann ich tun? Nein, keine Ahnung. Ich habe jemanden, die mir hier helfen. Wer ist das? Ach, sie ist auch so eine Böse. Der hat aus dem selben Holz geschnitzt. Bist du sicher? Ich meine... Wir haben beide gedacht, wir könnten Harvey vertrauen. Aber dieser Mann will nicht so viel wie ich. Was? Warum? Ich weiß noch nicht. Aber ich werde herausfinden. Okay. Also... Wie ist Alex? Nun, es sind sechs Monate. Er erinnert seinen Vater. Scheiße. Nee, nee. Er hat ihn schon vergessen. Ja, bestimmt. Er weiß nicht mehr, wer sein Vater ist. Nein, nein, hör mal. Es ist okay. Er denkt immer, du bist in Italien, um deinen Vater zu helfen. Ja, ich bin in Italien. Auf Urlaub. In Italien, schriftlich Gefängnis. Hast du Probleme von Harvey? Nicht über das. Er wird uns finden. Und du sicher? Ja. Ich habe uns ein neues Platz. Wir sollten jetzt sicher sein. Ich habe keine Freunde. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Freunde. Du willst einen Telefon machen? Oder du willst zurück zu dir gehen? Ich würde gerne einen Telefon machen, Sir. Los geht's. Ja? 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 Carole. Warum bist du hier nicht? Weil ich bin bei Hause, erwarten unsere Baby. Bitte. Wir haben darüber gesprochen. Nein, du haben darüber gesprochen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Du bist in prison. Ich werde bald raus sein. Ich habe kein Gegenüber gehört. Ich habe dich nicht gehört. Ich hab dich nicht gehört. Ist das nicht so, wenn du dein Kind you'llst, dass du dich in Zukunft erinnerst? Nein. Aber ich muss mich auf den Harvey. Ich habe dich Sorgen. Carole. Du kennst, dass er gebt hat Gary. Er war meine Familie. Mein Bruder. Ich weiß, dass du ihn verstaust hast. Traumatisch. Bitte, du weißt, dass ich das tun muss. Ich kann nicht glauben, dass du, Vincent. Hallo? Freddy? Ja? Wollen wir Frauen tauschen? Nein, wollen wir nicht. So nachher Way Out einmal eine Runde Frauentausch spielen. Meine Frau ist irgendwie doof. Ich hab wieder einen hunderschönen roten Apfel. Und er ist vergiftet. Wahrscheinlich. Hörst du über den Wetter? Da kommt ein Sturm. Ich habe es. Das ist unser Fenster. Wir werden heute Abend verlassen. Ich bin bereit. Hast du gehört? Mhm. Ein Sturm zieht auf. Ich bin bereit. Müsst du das jetzt nochmal machen, alles? Nein, glaube ich nicht. Ist ja voll nicht realistisch. Krasse Kamerafahrt. Da sind wir. Da hüllen wir. Ja. Aber nicht drücken. Okay? Sind Sie schuldig? Du denkst, ich werde das wieder aufhören? Ich hoffe, wir müssen nicht. Es gibt nichts, was zu hoffen. Es passiert nicht. Es passiert nicht. Mit einer Hand. Mit einer Hand. Ist schon leicht witzig. Ganz easy peasy. Irgendwie hat der deutsche Untertitel gerade nicht zum Englischen gepasst. Weil die fat lady sings und irgendwas anderes stand auf deutsch da. Mal gucken, was erklären ist echt schwer. Ja. Ja, aber es kann ja sein, dass das so ein Sprichwort ist und man da keine Übersetzung fährt. Stimmt. Das kann sein. Ich weiß gerade leider nicht, welchen Kontext du meinst, Ponyo, weil es in letzter Zeit aufgefallen ist, der Stream ist etwas länger delayed als normal. Normal war vorher bei mir drei bis vier Sekunden gerade mal. In letzter Zeit sind es so 20. Komm mal hinterher. Bis 25. Soll ich putzen? Geh weiter, du. Junge, ich mach dir da nicht der Beine. So, das nächste Mal mit dem Krabbeln geh ich vor. So, voll hoch hier. Oh. Top. Falsche Taste gedrückt. Hä? Ah, ich muss W drücken. Er wechselt die Steuerung. Top. Wolle ich gleich hier. Mit E-Duck ich mich, ne? Versteckt mich? Ja. Okay. Nicht, dass ich irgendwie über eine Box kletter oder so. Aus Versehen. Und dann stehe ich so direkt vor den Wachen. Ja. 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 Und dann stehe ich hier. Also. Oh, shit. Verdammt. Wir müssen die Tür öffnen. Genau während... Während des... Warte, 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 warte. Let's time it with the thunder. Okay. Voll schlau. Ja, sicher. Wenn's blitzt, ne? Just a couple more like that. Did you get your car fixed? Nah. Not yet. Hm. Wieder gleich der Dialog. Haha. Es funktioniert. Oh, I love taking one later. Komm. Haha. Wunderschön. Ja. Ja. See that tower? Ja. That's where we're heading. Alright. Hey. Watch out. Shit! Ich bin mal rum, denk ich mal. Ich würd warten. Okay. Von's andere Seite. Hey! Hey! Was soll das? Ach du Kackeln. Ähm. Ich hab ein bisschen Angst. Der wird uns hier sehen. Der wird uns sehen. Der wird uns sehen. Ausschalten. Sehr nice. Ohhhh. Was? Was? What? Ah, du warst so schwach. Er hat, nein, er hat nicht reagiert gerade. Komisch. Ich hab ganz doll drauf getippt, er hat nicht reagiert. Läuft wieder. Ja, ich stand hier, ich war hier hinter der Wache. Das habt ihr gar nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich. Und wollt ihr ausschalten. Bei mir standest du hier und da war vorbei dann. Hier wo ich jetzt bin. Ja. Ich. Ich muss noch kommen. Ach, den Platz kennen wir hier. Hier haben wir das. Hier haben wir den Bauplatz verdichtet. Den Kranplatz. Wer kennt's? Sehr schön. Ähm. Hi. Sehr elegant runter gesprungen. Was? Was ist Hilfe? Ach. Du kannst hier hochkommen. Sauber. Ja. 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 Wahrscheinlich. Also oben, da lag hier oben auch der, der meiste. Amen. Aufbrechen. Also prison break. So wenig. Aufbrechen. Come on man. Was that really necessary? Der war's. Blast Scheiben sind dafür da kaputt gemacht zu werden. Ne. Du bist da wohl rein. Sorry. Ich muss den Globus drehen. Oh, ich dachte gerade da kommt ne Wache. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich hab dich damit gerechnet, dass du durch die Tür wieder reinkommst. Alter. Ja. Okay. Äh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Willst du Wasser trinken? Nee. Wo, wo hat der Chef ein Büro auf die Frage? Wirst du den Plattenspieler holen? Richtig. Vielleicht kommen wir noch dran vorbei. Ja. Vielleicht durch die Tür. Wär so lustig, Alter. Careful. Ach. Vom Gefängnisrechte der Klappenspieler klauen. Ja komm, wir noch nicht. Schade. Eigentlich Büro ist das so rar. Müssen wir hier runter? Ja, mitten runter. Tüttich. Wachen. wo reden die bist runter ja 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 ich hab's neu konzern nicht lokalisieren okay was geht ab die krankenstation und meine kamera hat rumgepackt kommst du ich den ich mal den linken bereit ja schade dann raus da dass ich weitergehen ach der lichtjägel das wurde entdeckt leo du hast versagt jaja jetzt wollen wir weiter vorne das war aber knapp ja du wirst auch einen anderen weg gehen nee doch nicht geht da kommt er wieder lass mich gehen komm go 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 ach hier trifft mich der kegel gar nicht mehr sehr schön nächste wache ausgeschaltet wie viele wachner haben wir jetzt schon mitgenommen jetzt kommt die gute kletter bügel gleich fahrt auch mal keine scheinpuffer ja er kommt tatsächlich ich bin ausgemacht hier gönnen den kletter bügel wo ist da hast du einen jetzt gibt's ne kletter bügelabtreibung top mit dem spielst du mit freddy freddy mein cousin hier gibt's karten ich bin drüben ach ne ich hoffe ich ich hoffe ich na klar komm na was für ein zuversager bin ich du bist so ein Lappen jetzt komm hier hoch toll auf mich wird geschossen beeil dich mal bitte ja ja dann halt mal richtig fest sonst kann ich das ja auch nicht machen ja wenn auch nicht geknallt wird ey weg hier oi oh oh ne warum bin ich hinten ich will nicht hinten sein äh wo geht's hin ach Tür äh tippen tippen ja sorry ja tippen 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 wieso nur weil ich schneller bin weil er hinten am der hinten ist es immer am arsch zack tippen 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 Es scheint, dass wir sie wirklich aufhören. Sie benutzen alles, was sie haben. Wir müssen vorsichtig sein. Ich gehe nicht zurück. Ich höre Schritte links, hinten, hinter mir. Das macht aber keinen Sinn. Hoch mit dir. Warte, es gibt alle Leute überall. Halt deine Kopf. Ja, ja. Müssen wir noch mal Bullen ausschalten? Ich glaube nicht, dass sie uns in den Busten sehen werden. Das war besser als erwartet. Hunde. Pass auf. Ja, drück mich jetzt nicht aus dem Busch raus. Das wäre gemein. Sauber. Stuff Trooper ist down. Kai hatte ich heute gesehen. Mich? Ja. Nee, wie denn? In der Kirche. Nee, ich war nicht in der Kirche. Kai, du hast Geschwister gesehen. Ich habe geschlafen. Bis um 12. Ja, ich habe heute auch lange geschlafen. Aber es wurde auch gestern einmal wieder. Spät. Oh, ich muss da lang. Wohin? Wo bist du? Du kennst doch die Klasse, wie du mich finden kannst. Ach, da wo gerade der Pfeil verschwunden ist. Jetzt müssen wir hier zusammen agieren. Wo bist du? Ja, ich drück die rechte Maustaste. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich sehe dich auch schlecht. Wir haben uns verlaufen. Ja, komm unter hier. Hier. Ach, da. Bist du in dem Busch. Oh, warte, wache. Bin hier. Soll ich sie ausschalten? Ja, ne? Zack. Nächste. Jetzt ist nichts mehr nötig, aber... Zack. Ich muss ja Spaß dran. Ach, hier bist du. Willkommen im Busch. Hier. Ich nehme rechts zu links. So, da sind die Leute? Nein. Lass sie weg. Äh, ja. Zack. Weg. Haben die keine Waffen oder so? Lass mich ja bitte vorlaufen. Hahahaha. Okay. Wie viele Töne sind hier? Keine Ahnung. Wie viele Töne sind hier? Hör auf. 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 Ab in Busch. Hör auf. Hör auf. Sehr schön. Ja, nicht sonderlich schwer. Naja. Wo müssen wir hin? Geht wahrscheinlich noch. Den Berg runter. weiter geht's eine brücke haben wir noch mehr leute okay wenn wir die ausschalten gleich sagt wenn du bereit bist ja ja okay sauer gibt mir eine schauschenlampe geht nicht leider ja das wird sich meine waffe oder so nehmen aber das wollen sich als sie verkleiden ja ja das kommt würde jetzt kommen aber ich würde gerne die ja die eine nehmen davon also nicht ich würde gerne entscheiden ok damit es für mich halt auch ein bisschen mehr abwechslung hat weil ich die eine sache halt immer schön gemacht habe ich kann noch mal richtig genau das gegenteil machen von dem was ich zum ersten mal durchspielen gemacht habe gemacht habe ich weiß es ist viel zu hoch zu riskierend ich sage dass wir diesen Mann rausnehmen was glaubst du haben wir gemacht das auto unterbrücke ja also den anderen weg kenne ich halt schon ja den anderen weg machen wir mal vielleicht mal anders richtig ich hatte der way out nämlich eigentlich auch den beiden vorgeschlagen als spiel weil es ja geil koop ist vielleicht spielen wir es sogar noch mal zu dritt dann ich habe wieder bei dir geguckt ich habe wieder bei dir geguckt das kenne ich jetzt noch nicht deswegen wir mal gucken ich habe schon anteasern am samstag kommt ein neues spiel auf dem kanal das ist samstag bei petra mit der post angekommen das wird einige nerven kosten das kann ich schon mal sagen Achtung rutschig wir haben alle gechillt hier unter der rücker lang ich will eigentlich damit rechnen dass nochmal so ein sprung kommt und dass dann einer dann einer abrutscht ganz schön tief von hier ist niemand oh oh doch da ist ein Helium easy einfach vorbei sneaken würden wir machen ach hier mal runter ey oh hehehehe hehehehe oh ich helfe musst dir schon helfen meine arme an deine sind mehr durch trainiert wobei sie wahrscheinlich gleich sind guck mal da ist ein Leitner was wenn wir diese Bars benutzen um zu überstehen ja und wie soll ich da gleich wuppern du schaffst das schon alleine habe ich gehört oder ich mach die Tür auf und du springst so Absinthe abbrechen oha oha ich hab Angst Max oah 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 war knapp eieieieieieieiei ja ja geh du vor oh shit oh shit steady go slow hey oh shit oh shit oh sie dat ridge over there oh oh ja Das war knapp. Der Balken war fast voll. Der war noch ein bisschen. Okay, ich bin bereit. Wirklich? Ich bin bereit, ich bin hier vor Jahren hängen. Uiuiui. Ach, guck mal, ein Schloss, Freddy. Ich glaube, du regelst das, habe ich gehört. Ja, Feuerlöscher da hinten. Bestimmt. Die Axtröger, ja. Oh ja. Feuerlöscher wäre auch cool. Ist gar nicht laut, ne? Oh, nee. Polizisten stehen ja nur über uns. Tür auf. Scheiße, da ist Gott. Ich glaube, wir müssen zurückgehen und mit dem Auto rüberfahren. Weil das auf der Tür steht. Ja. Anders kommen wir hier nicht weiter. Vor allem, es fällt gar nicht auf, dass oftmals die Tür offen ist. Ich finde, wir finden einen anderen Weg. Der Mann wird uns sehen. Oh. Ich kann ihn ausschalten. Kannst du mal. Ah, nee. Du kannst hier hochkommen. Und dann können wir ihn ausschalten. Du hast die Ehre. Viel Spaß. Hö? Ich habe nicht mal irgendwie... Oh. Shit. Oh. Leo braucht meine Hilfe. Er braucht einen Weg nach oben. Oh. Ich muss unten lang jetzt. Oh. Geh jetzt hier jetzt. Jetzt wurde ich festgenommen. Ende der Runde, Schumse. Red mit ihm mal ne Runde. Red schön, red, red, red. Ja. Ich fiel ihn doch einfach. Oh, Hunde. Hunde, ich hab dir die Pistole. Nein, ich brauch keine Pistole. Das war nicht richtig, denke ich mal. Doch, war's. Lauf. Okay, ich muss springen. Nee. Ja, ich bin als Erster, ja, ich bin als Erster, ja. Nein. Dora Hund. So. Wieso blutet mein Arm nicht? Wie langsam ich hier runterrutsche. Jetzt wird's cool. Epic Moment. Was ist los? Bei mir bist du runtergefallen. Ich bin von unten einfach wieder nach oben geflogen. Ja gut. Du bist einfach gerade runtergerutscht und mit einem Sprung bist du wieder wups. Ja, ich war, ich bin irgendwie in Slow-Mo den Dings runtergerutscht. Vielleicht war's falsch. Keine Ahnung. Nee, es war schon alles gut. Aber bei mir wär's halt so gewesen, als hättest du die Tassen nicht gedrückt zum springen und fliegst einfach gerade runter und plötzlich kommst du aus so einem Abgrund wieder hoch und springst dann ganz normal rüber. richtig dumm, ey. Das war halt irgendwie so ein Punkt-Problem, glaub ich. Einmal so desync von einem Spiel immer wieder. Ja. So wie ein Stickfight, ne? Ja. Bestes Spiel. Aber ich find das hier jetzt nicht so schön. Nee. Das sah da richtig witzig aus. Laden. Ich hab' mir schon so die Animation gezeigt hier, wenn du den Abgrund runterfällst. Plötzlich gehst du wieder hoch. Bei der lange Laderprogramme, ey. Hm. Nehmen wir mal kurz auf den Internet. Entschuldigung. Der lädt ganz schön lange. Oh, ich setz noch mehr ein bisschen drauf. Freddy sitzt da auf dem Internetkabel, dass er so lange lädt. Flüchtige Das wäre jetzt ja geladen worden Denke ich mal Machen wir das, oder? Ja Der Vince Guck mal, ich bin älter als du Ja, ich weiß Ich bin ein alter Sack Bei 43, nein, aber Im Verhältnis Wird geladen, mal gucken, ob es jetzt wirklich geladen wird Ja, geht doch gleich viel schneller Verdammt Ich wollte gerade sagen, wir hätten uns das Frühstück Gefängnisfrühstück noch mitnehmen sollen Das stimmt halt wirklich Ich würde nicht sagen, dass ich es vermisse Aber ich würde es definitiv essen Ja, anyway, wir gehen Ja, ich fliege in der Luft Ich habe ein bisschen was auf dem Weg Läuft Mann, ich sterbe in der Luft Ich lasse dir wissen, ob ich einen Burger-Jointe finde Ja, du machst das Klop Ja, und das, was man jetzt hier gleich machen muss Hat Fabian doch tatsächlich alleine hinbekommen Schön schön hier Hey, ich brauche deine Hilfe mit dir Ich brauche deine Hilfe Okay Freeze 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 Das Spiel ist Freeze Nein Nein Was los? Nehmen wir uns vielleicht wieder Ist eins auch Freeze? Ne Deine Mitspieler reagiert nicht Verbindungen wird in Kürze getrennt Oh Wenn mein Spiel ist Machen wir mal alte 4 Verbindungen getrennt Die Verbindungen wird zum Mitspieler und ich war ich war gerade schon so shit hat er schon wieder blue screen oder irgendwie ja ist alles kaputt es ist sogar neuen komplett neuen stream angefangen hat als wenn es ein netwerk war danke youtube top ja wenn er abbricht dann hast du ungefähr zwei minuten zeit zum reconnecten oder sonst effekt hat nämlich dann schon in den neuen stream an also als ganz neues event die notification an alle leute mal raus was ja nicht so ganz so schlimm ist aber trotzdem kann man auch absichtlich machen die leute zu ärgern aber das ist ja nicht in der sache automatifizierung nehmt schon an da der balken der hängt weitere zusätzungen fehlgeschlagen warte mal kurz bis ich im hauptmenü bin dann nehme ich an ja gleich besser lad bitte jetzt und ach da bin ich schon oh spoiler gerade wo hast du es schon ausgewählt gerade fortsetzen bist du drin nee jetzt irgendwie grad wieder nicht ich war eben drin intent problem und so läuft nicht so wird ja heute weiß nicht ist ja komisch ja das team läuft ja noch naja sonst sonst hätte ich schon geschrien und geheult so sekunde ja das connect ist du gerade perfekt ja ich möchte nicht in die lobby zurückkehren okay so jetzt jetzt aber hier wir müssen noch unsere dinge draußen klären jetzt nach dem ausbruch aber der vorschlag zum frauentausch steht immer noch echt oh ja ich wollte es noch erwähnt haben ok ok ich würde nicht sagen dass ich es vermisse aber ich würde es definitiv essen ja ich fand deine frau sehr viel sympathischer sie sind ja das vielleicht auch aber das darf ich ja nicht sagen weil ich bin ja mit ihr verheiratet ja und dann so eine schwangere willst du sowieso ja die kann man ja nicht sitzen lassen und die willst du sowieso momentan nicht rein nutzen zum glück ist es schon 22.30 Uhr zum glück sind wir im knast naja jetzt ja nicht mehr aber aber denkt dran paul guckt alle streams hallo paul scheiße grüß an dich so mal gucken ob er wieder beim baum freeze das wäre top vielleicht willst du das noch machen oh oh du bist gerade hinterher geleckt ne ich bin beim baum jetzt ja ich wollte als zweites hin hast du schon angst gemacht du bist gerade stehen geblieben und bist dann einfach hast du gerade ein paar Meter teleportiert sauber puh ja nunfalls stümlich über mobile daten hast du genug ne also theoretisch ein bisschen so eine stunde oder so würde ich damit bestimmt durchkommen so mein mainball hat jetzt auch wlan antennen ich habe es zwar nicht dran weil es total unnötig ist aber die möglichkeit besteht er hat sogar zwei wlan antennen total übertrieben oh hier guck mal Fischies so eigentlich muss man hier muss eine Person hier das Wasser aufsteuchern damit in die Richtung gehen und Fabian hat das allein hingekriegt zu fangen ja wer will zu schlafen auf der kohlen, harten grünen und du hast einen perfekt guten Bett ja das macht noch keinen Sinn ja was müssen wir machen ach ein Speer ich möchte auch ein Speer haben geht das? ne ach du musst ja auch anfangen im plasma mach das Feuer an hier du musst dir auch noch du brauchst was hab ich gehört? ich hoffe ich kann eine Speer machen ich beeil mich bin gleich da dann äh ey, hör auf ich will das machen ich will auch einen Fisch na ich hab ihn ich will auch ich will nicht dass du mir hilfst ich will das allein hingekriegen ja als als kann man auch einfach spammen aber ich helfe dir mal äh ich bleib einfach mal im Wasser steht nur noch geh ich hier so ein bisschen rum lass die nicht ja komm ich scheue ich immer auf ich helfe mal ein bisschen wie es schneller geht helfe den D ja als ob ganz knapp ich hab ein paar Aggressionsprobleme wir gucken mal auf so ich scheiße jetzt grad hier rüber zu dir ein bisschen jetzt muss es da aber jetzt ist es weg Mann hier da sind wir da 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 falsche Richtung die sind doch im Stein nein da krieg ich ja noch nicht da sind wir jetzt kann ich dir schon aufs Feuer legen ich muss meinen auch haben du musst dir das mal holz holen bringt das überhaupt was wenn ich das hab ich nee noch nicht ja guck mal holz ja max ich brauche ein helfe mal bitte kannst du dich alleine es geht alleine aber irgendwie also das Problem ist dieses Ding also es passt auch irgendwie nicht wie die schwimmen weil du piekst bei mir auf wo gar kein Fisch ist gerade ja das mach ich auch weil ich hoffe dass einer dahin glitscht oder so das ist ja immer mal vereinzelt so hier hier sind jetzt in der Gruppe eigentlich hier im Stein du musst schon aufhören wühl mal auf ich kann es nicht ich kann äh nichts klicken oh deswegen hab ich gedacht okay äh versuche ich vielleicht erstmal den Fisch weg loszuwerden aber ein ne doch nicht ach man ich war doch voll drauf ja versuche mal den Fisch loszuwerden hm wo liegt denn das ach ich kann ihn ablegen okay los gehts ok dann bin wir auf warte warte ich geh andere Seite den muss ich doch wieder bekommen haben hier bin wir weiter auf andere Seite oh er geht so langsam ja komm sie kommen 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 aufhören na als ob jetzt sind jetzt sind alle vom das ist alle vorbeigeschwommen top ich will den verkackten Fisch du musst es weitermachen ja ich mach von hier komm schon ja ich gehöse zu dir und dann hauslöse zurück jetzt aber komm vor mir sind ganz viele ja ich weiß aber ich komm nicht nah ran jetzt sind alle durch meine Beine durch Alter Alter ich nicht ernsthaft dir kannst du deinen leg du deinen Speer mal ab geht das ne ne weil ich hier vorne hier vorne auf dem Land ne jetzt hab ich das immer schön gemacht geht nicht muss noch einen doch geht so ja da kann ich mit einnehmen geil warte ich helfe aber wie es geht eben auch so langsam da kommt noch einer rum da kommt noch einer rum komm da sie kommen schon wieder easy peasy ja ohne Fischer ja aber ich hab auch da du hast auch nicht durchgehend hier Wasser aufgesiedelt doch wie sind die nein doch doch hol holz ach je jetzt könnte er laufen sehr schön dann ab aufs feuer damit möchtest du ein bisschen blasen gleich oh ja oh ja this should be enough wood dann ans feuer setzen dann lass uns einen kleinen fisch snack einnehmen ja sehr schön sehr schön jetzt sitzen wir andersrum warum ich hab grad so ok hat sich ja es ist eh dass in diesem kleinen tümpel da eben Fische drin schwammen ja wo sollen die bitte hergekommen sein und wo soll die hingehen ja something i didn't do so you're innocent, huh well aren't we all i'm innocent too, you know ja ja sure you are what about family you got any yeah a wife jetzt machen wir jetzt besprechen wir bestimmt dass wir die frauen tauschen me too ok den sohn kannst den sohn kannst du behalten ist ok den will ich ja auch nicht haben der ist voll scheiße ist ok dann äh fucking missen man wenn er draußen auf dem feld arbeiten kann dann ist ok wenn er draußen auf dem feld arbeiten kann dann ist ok ein Tag mein Bruder bringt ein neues Klient Harvey lass mich猜 wundern wundern ja wundern 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 Das ist so schwer, Mann. Ja. Entschuldigung. Also, äh, was ist deine Geschichte mit Harvey? Du musst auch rausrücken. Das ist sicher. Hm? Wir gehen, wir werden... Warte, hörst du das? Oh, Scheiße. Endlich gibt's wieder gutes Gefängnis, Elf. Wir müssen gehen. Ah, meine verdammten Fähigkeiten. Nur schau es ab. Schau es nicht, ich habe es, okay? So, du hast in der Bank gearbeitet, hm? Ich habe bei einer Prank gearbeitet. Was bedeutet das? Wie soll ich es sagen? Du bist ein bisschen abzutig. Ich würde lieber abzutig sein, als ein verletztes Fähigkeiten. Danke für die Kommission. Ich sackele dir hinterher. Oh, dein Haus. Du bist eigentlich der erste Typ, der in der Bank gearbeitet hat, wo ich gesprochen habe, ohne eine Schuhe in meiner Hand. Schau es mal an das. Du machst Prozess, Leo. Vincent, hast du das Haus gesehen? Schauen wir uns. Jetzt kommt mir hier wieder. Die altbekannte Wand, die man hier wegdrücken muss. Die wir bereits aus dem Gefängnis kämpfen. Die wir noch mal öfter finden werden. Ja, Level-Designer? Ja, nee, das ist alles der gleiche Hersteller. Die haben das aus dem gleichen Baumarkt. Ganz einfach. Ach so, okay, ja gut dann. Damals gab es noch nicht so viel Auswahl. Nach dem spektakulären Gefängnis ausrufen. Vor zwei Tagen. Ja, das waren wir. Ready, die Reden in den Nachrichten über uns. Ja. Die Städte-Polizei hat heute eine Warnung. Sie beobachten, dass alle die Städte in einer 50-Milch-Radieus der Präsenz. Schau nicht, Frau. Diese zwei Böse kommen hierher. Sie werden einen Garten von Betsy. Hey, ich sage, wir nehmen sie weg. Sind Sie verrückt? Es ist ein ganzes Klapp. Wir können das nicht tun. Ich meine, wir haben sie weggezogen. Wir müssen wirklich ihre Klamotten verändern. Wir können nicht so gehen. Es ist besser, sie aus dem Haus zu holen. Was hast du in der Meinung? Siehst du, das Barn da oben? Ja. Wir verlassen die Hörer. Wir verlassen die Hörer. Wie wird das helfen? Vertraue mich. Ich werde sie zurückbekommen. Ich weiß nicht, Mann. Wo einen auf die Pferde laufen raus. Komm. Sie überwältigen die. Komm, ich brauche Abwechslung. Ich kann das auch mal ran wie immer. Ja, okay. Okay. Wir sind im Willen so ein Bad Boy. Die Vorderseite sollte auf der anderen Seite sein. Ja, los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Irgendwas passiert doch hier. Hey, bleib ruhig. Oh, ich gucke gerade bei dir wieder auf dem Bildschirm. Wir können das auf dem Bildschirm nutzen. Wir gehen einfach ins Haus, ohne dass sie das Wort mitkriegen. Ah, stimmt. Mit Leertaste macht man die Leiter. Ah, musst du nicht mal was klicken. Im Sprung. Ah, einmal Klopapier klauen. Und zu Boden werfen. Warum richtig den Spiegel zu Boden werfen? Ach, damit die hochkommen, natürlich! Und machen? Naja, aber da... Aber er holt die Flinte natürlich. Warte! Ist ja so egal. Ich bin auf der anderen Seite. Ah je. Kommen sie? Oh, scheiße. Wir haben keine Probleme. Ach du nein, kacke. Das wollte ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. Was? Okay, jetzt müssen wir anfangen. Wir dürfen also nicht so umkippen. Umkippen geht nicht. Wir werden sehen, wo der hinläuft. Auch nicht. Also umkippen geht nicht. Aber die Idee da oben rein ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Ja. Weil unten muss man bestimmte Tür aufbrechen. Zumal es gibt ja eh mehrere Wege. Wahrscheinlich. Wie sieht's aus? Vielleicht erstmal umziehen? Kann man sich um... Nee, kann verleitigen. Nicht hier oben noch irgendeine Waffe, oder so? Komm noch eine Runde schlafen. Wenn die weg sind, kannst du das tatsächlich... Du kannst dich tatsächlich hier ins Bett legen. Und sch... Schreibe. Ja, aber irgendwas umschweißen. Der Typ steht da unten? Der Typ steht nicht unten. Oh. Aber er poliert halt seine Flinte, ne? Ja, das ist echt gut. Hier kommen wir nicht weiter, Max. Dann... Geh ich nochmal raus? Mal gucken, ob's oben... Ja, aber wie sieht das aus? Es ist ja nicht grundlos, dieses zum Boden werfen. Ja, vielleicht müssen wir irgendwie was... Dass wir nicht den gleichen Blick gehen. Ja. Wäre ne Idee. Also ich guck mal einfach. Ja, ich warte hier oben. Vielleicht muss man das irgendwie so timen. Ach, ich kann hier unten durch ein Fenster in die... Ich kann an der Tür klingeln. Ich klingel. Wie auf der Tür! Und dann geh ich hinter ihnen. Geh weg, geh weg von der Tür. Geh weg. Ich kann nicht weggehen. Aber ich hab doch Knastkleidung an, der Junge. Oh ja. Hab ihn. Nice. Das war ne gute Idee. Vielleicht rausschmeißen, wenn er irgendwas runtergeschmeißt hat. Oh, das hab ich so schlecht gelesen, sorry. Aber das ist ja auch ne gute Idee gewesen. Draußen was randalieren. Ja, das wäre auch ne Idee, dass wir es runterschmeißen und dann wieder rausgehen. Wow, Alter. Das stimmt so. Aber so nicht ausreiten. Die werden noch nie dahinter gefunden, Alter. Die werden noch nie dahinter gefunden, Alter. Ja. Und ich sah einen Truck in der anderen Barne. Wir sollten es aussehen. Was mir letztes Mal aufgefallen ist, die haben ne Tapetentür. Siehst du wie? Da unten. In der Treppe. Da. Hier. Das ist ein Geheimgang. Ja! Aber da kann man nichts machen. Ist das ne Klingel? Oder Lichtschalter? Irgendwo hängt die nämlich auch noch ne andere... In dem Haus hängt auch noch ne andere Flinte über uns. Kann man es denn jetzt runterschmeißen? Lass uns die Kleine ändern. Schade. Ich nehme mir den geilen Hut, natürlich. Machst sogar die Tür zu zum Augen ziehen. Das ist besser als erwartet. Ja. Dein Loris hat man doch auch schön im Gefängnis gesehen. Aber bei mir. Wieso passen mir die Klamotten? Und was trägt der Opa für moderne Klamotten, Alter. Als ob der solche Socken trägt. Also wie das Alte halt modern, würde ich mal sagen. Jo. Die armen Alten werden grauenvoll sterben. Nein. Das wird das. Nein. Alter, wir können uns das hier noch so richtig schön gemütlich machen. Guck mal. Also wenn wir jetzt ganz akkurat, müsste ich mich jetzt hier auch umziehen. Wir wollen ja nicht, dass die alten Leute hier frieren. Man kann sich ins Bett legen. Ja, ja. Das weiß ich schon gesagt. Ein bisschen Radio machen wir noch an. Man kann Feuer gemacht. Guck mal, Feuer gemacht. Was gibt's hier? Ach so, ne Spieluhr, Drehuhr. So lustig. Ja, du brichst aus dem Knast aus und spielst erstmal. Richtig. Die würden gerne den Kugelschreiber mitnehmen. Milch. Was ist gut für den Hut? Kann ich jetzt den Hut nehmen? Ja, er kann sich auch auf dem Glückschenken bedienen übrigens. Warte, dann kann man den Rennpacke dann. Und wie... Was hast du... Diese verdammte Krieg, Mann. Klavier spielen. Werden wir mal musikalisch. Machen wir was Extremes. Was? Dammit. Hahahaha. Shit. Hegst du gar nicht. Kommt das richtige Kimpfer her. Gar nicht so schlecht, oder? Ja. Richtig schlecht. Lass mich mal. Oh, komm mal. Okay. Kann man denn auch... Mit dem... Ist es glaube ich ein Bando? Bando? Ja. Ja, extrem, komm. Ne. Das wird zu schwer. Schön. Musik zusammen machen ist immer toll. Hab ich verspielt. Du solltest mal Gitaivo hier integrieren. Ah, da kommen ja viele! Ach. Fuck. Okay. Wir tun euch das Verklempfer jetzt mal nicht an. Sondern riechen an dieser fantastisch grünen Pflanze. Keiner Biss, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, das riecht verdammt gut. Guck mal ein paar Kekse vor dann. Oh, lecker. Guck mal, ich kann den Abwasch machen, oder? Ne. Das wäre wohl das Mindeste, was wir noch mal machen können. Schwarz-Weiß-Fan. Na okay, krass. Wie die Abwasch nehmen. Das war Mindeste, was wir noch mal machen können. Schwarz mal Fernseher aus. Strom sparen. Ey, ich hab kein anderer mal. Hm. Was kochen hier? Ich koche gerade noch ein bisschen. Pass auf dein Würstchen mit schwarz. Ich frag mich nur welches. Oh, schlecht. Eck am Plach. Wo gab's Kekse? Du wirst weg. Du wirst weg. Du wirst weg. Schau, das ist ein großartiger Bisschen. Wenn sie etwas gut haben. Oh, Scheiße. Das funktioniert nicht. So, lass uns weiter. Ja, warte, ich muss noch meinen Keks aufessen. So. Ihr Herren und Damen im Hause. Oh, wir sind falsch gelaufen. Wir, äh. Wir holen uns jetzt. Leihen uns mal euren Truck aus. Bringen wir auch wieder. Eventuell. Irgendwann. Du bringst ihn wieder. Ich glaub, ihr überlegt's nicht. Geh über hier. Ich brauche etwas Hilfe. Da ist kein Truck drin. Das sind nur Pferde. Oh. Wo bist du denn? Hier hinten. Guck doch mit dem da. 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 Genau an einem Ende. Oh. Wir haben zwei Scheuen. So fancy so. Ja, weil hier der Truck drin ist. Hey Vincent. Get over here. Bist du stark genug? Nee, du bist so. Du bist so. Da kommt so. Da links lang. Ja, da an einem Zaun vorbei. Ja, so da. Oh, da. Nee. Da geht's nicht. Das ist ein Treffer. Komme. Guck mal. Guck mal, was ich hier, was ich hier abspackele. Ja. Ach. So. Als ob ich das nicht alleine aufbekommen hätte. Ganz ehrlich. Der Rufa muss das auch alleine aufkriegen. Es ist nicht so schlecht. Nein. Er macht das nicht, sondern die Frau macht das von ihm. Die ist so stark. Mit der kannst du aufkriegen. Hey. Es ist sogar ein Fahrrad. Ja. Ich bin sicher, dass hier irgendwo ein Reifen ist. Ich weiß nicht, Mann. Es ist nicht so, dass wir eine Wahl haben. Sherby ist auf dem Fuß. Lasst uns das aufkriegen und wir werden hier nicht weg. Okay, gut. Okay, Tyre. Hier komme ich dir. Hier ist es Rattel, als wir wollen. Hier ist es Rattel, als wir wollen. Hier ist es Rattel, als wir wollen. Hier ist es nur den Reifen. Ach, den Reifen. Ja. Ja, aber ich fahr auf dich gleich noch. Ready, Leo? Hey, Vincent. Ich sehe einen Tieren hier oben. Let's find a way to get up there. Du musst noch mal hier hochkommen. Dann hänge ich mich hier dran. Und du musst mich rüber. Ich mache gerade Sport, guck mal. Hängst schon mal eine Runde. So. Rüber mit dir. Das macht der Opa nämlich auch immer. Genau. Um einen Reifen zu holen. Hängt er sich dran und lässt sich mit seiner Frau darüber. Natürlich. Der Reifen. Einfach runterschmeißen. Ja, klar. Runter. Dann musst du dich jetzt wieder rüberholen. Dann kannst du da runterspringen. Ja, geht doch. Ich bin noch ein Sportlicher. So, dann. Wir müssen noch einen Tieren. Let's look around and see what we can find. Ne. Ich hab das Hebeisen. Was machst du da? Ich wollte das jetzt aufheben. Aufheben. Aber, äh. Linke Maustaste. Richtig. Ja, ich brauch so. Ja, so macht man das nämlich echt auch. Okay. Okay, fertig. Jetzt braucht man etwas, um das zu holen, um das zu holen, um die Unterstützung zu entfernen. Achso. Okay. Hebt mal hoch. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen das Auto zu holen. Jetzt. Jetzt. Okay. Eine geile Karant. Schieben. Ja, warte. Mal reingucken, ja. Achso. Mit meinem Motor noch. Oder? Du hast die Scheiße gebaut, Max. Nee, du bist schuld. Nur du. Ich bin schuld. Der Tank scheint komplett weg. Gibt es hier einen Tank? Wahrscheinlich, ne? Einen Gas-Kanister. Ich hoffe, es hat immer noch Gas. Dann füllen wir mal auf. Tank befüllen. Recht meines Erachtens, aber nicht. Guck mal, wir nehmen dem alten Mann jetzt voll die Arbeit ab. Es ist füllt mit Gas. Ich frage mich, ob es beginnt wird. Es ist verbunden. Versuch, jetzt starte das Auto. Oh, Scheiße. Wir sind wirklich schlechte Filme. Ja, ich habe dir so gesagt. Du hast es, aber trotzdem. Ich war in Gefahr. Manchmal musst du nur ein bisschen faith in Dinge haben, Leo. Faith, oder? Ja, naja, wir sind weg. Ja? Nein, ich weiß nicht. Es war ein bisschen vor. Wir brauchen jetzt. Wir haben jetzt einen Schrank vorgestellt. Absolut. Danke. Haben die Polizei noch nicht? Ja, die haben wir auf dem Rücken. Okay. Ich will sie sich auf dem Rücken nehmen. Nein, bleib hier. Es ist okay. Warte hier. Ich werde alles gut machen. Fülle, Scheiße! Oh, Scheiße, tausend. Du verbrauchst es für das. Komm, lass uns doch. Ja, komm, komm, komm. Du fährst. Warum fährst du? Warum darf ich nicht fahren? Weil ich als einziger, wo ich einen Führerschein habe. Ah, ich bin jetzt das mal aufgefahren. Du hast auf der Ladefläche verkammelt. Jetzt geht es los, Max. Jetzt geht es los. Okay. Nach einem Ladebildschirm. Ja, hoffentlich. Nach einem Ladebildschirm. Ah, warum aber wie flott das geht. Hey, Vincent. Wir haben Kaffee kommen. Steck auf sie. Ja. Du schießt. Und ich fahr, ne? All right. Here we go. Ich fahr ja wirklich. Ja, richtig wärst du. Hör auf da. Oh, sauber. Oh yeah, faggis. Jetzt gibt es... Der will ja geil. Oha, oha, oha. Wir haben Abgang gemacht. Wir müssen sagen, wenn was von vorne kommt. Ja, wow. Wir können auch nicht so gut fahren. Alter. Alter. Nein. Max, was machte da? Ist mir aber tatsächlich auch passiert. Zurück geht sich. Der ist mir gar nicht falsch richtig. Naja, alles gut. Ich muss da umdrehen. Wie will ich da? Ich hab's gar nicht gedammt, aber egal. Der ist schon. Das habe ich nicht. Ich hab ihn gekriegt. Das habe ich verkackt beim ersten Mal. Alles gut. Na? Ich hab's gar noch nicht so mit aimt. Und anderen? Na? Oh, Max, Alter. Oh, Max, Alter. Oh, Gott. Komm hoch. Ich bin ganz fast runtergefallen. Alles gut. Das ist der alte Truck, das überhaupt von mitmacht. Oh, komm. Oh, komm. Nein. Lass mich los. Das sind jetzt hier die Skills, die man bekommt, wenn man GTA spielt. Oh, der hat gesessen. Kann man 1 zu 1 echt Leben natürlich umsetzen. Flucht vor der Polizei und so. Ja, na klar. Ja, na klar. Burn, bitch. Ja, den Hinschritt mal ran. Ob du die Funktionen auch hast, oder? Na klar, die alte Betsy, ey. Da passt die rein. Ja, die hat sie hier. Ne, die sind voll kaputt. Warum fahren die uns noch hinterher? Das war ein epic Jump. Also, wir sind epischer Dank. Das kommt noch. So, wir sind eh noch mehr Freunde. Ah, shit. Alter, kamen wir wieder ein bisschen besser. Oh, epic Slow-Mo. Das ist ein epic Jump, alter. Das Aim, Freddy, was für deinen Aim gelobt? Echt? Oh, Gott, du bist da. Oh. Oh, oh. Da muss ich mich jetzt, muss ich mich jetzt zu beenden. Oh. Oh, war mir. Fahr da nicht rüber. Oh. Ja, und ich habe Ladefläche. Natürlich. Stopp, du bist unter Arzt. Kein Problem. Bleib, wo du bist. Frisch. Okay, stopp. Ja, ja, los, komm, 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 wir haben sie zu beenden. Komm, jetzt wird es schwer. Na, eigentlich nicht, aber wir haben sie einmal zu wenig verkackt. Vincent, komm, hier und helfe. Komm, komm, Ab ins Wasser. Also ich wäre so abgefuckt, man würde dir noch winken. Ja, ja. Würde ich halt echt. Also angebracht wäre es, auf jeden Fall. Und jetzt können sie uns auch mal nicht mehr verfolgen, wenn wir so ganz langsam da über den Fluss, ne? Wo die Hölle ist das, wo wir uns nehmen? Ich habe keine Idee, aber je weiter weg, je besser. Ja, ich glaube, du bist richtig. Ja. Komm, es ist noch nicht so, dass die Polizei wahrscheinlich immer noch weiß, in welche Richtung der Fluss fließt und so. Ja, richtig. Aber egal. Wir müssen gehen. Äh, ja. Aber jeder hat mich zu verkannt. Ich glaube, ich habe etwas in der Wasser gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Scherke, Leo. Was meinst du, es gibt keine Scherke in diesem Fluss? Ja, aber das geht nicht. Jetzt geht es noch, aber es geht später nicht. Okay. So, go, 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 muss überziehen. Dollar, 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 dollar. Der hat keine Chance. Kann wir links, dann. Kann wir links, dann. Guck mal, da ist eine Brücke. Oh. Jetzt recht, man. Das wird eine Wildwasserfahrt bestimmt. Ja, aber wir sind da... erfahrene Rafting-Farber, ne? Das ist noch gar nichts dagegen hier, gegen das man schon macht. Also... Ah, shit, Steuerung. Ja, aber man macht das ein bisschen anders, nicht schlimm. Dreh, komm rum. Ja, das schaffen wir nicht. Okay, dann müssen wir, glaube ich, gleich gut kommunizieren, wo wir lang wollen, ne? Ja. Haha, natürlich. Ja, keine Ahnung, Kechzack, ne? Echt? Echt? Ja, gut. Ah. Komm. Ja, natürlich. Ja, jetzt baust. Ja, jetzt baust. Ja, jetzt baust. Ja, das war's. Ja, da baust. Ja. Gibt's da Schöne für PS3? Ne, 4. Ich glaub nicht, ne. Bis gerade ist, glaube ich, erst wann? Wann? Letzte Woche? Ne, vor zwei Wochen? Vor drei Wochen? PS3 ist tot. Da kommt außer vielleicht FIFA nichts neues mehr raus. Ja. Lass rechts lang. Äh, links lang. Das ist leider der Fall. Wieder links, ne? Links, Mitte durch? Ja, wir halten uns jetzt ja richtig, Mitte durch. Nein. Das, ey, warum? Da war ne blöde Stürmung. Das ist so. Links, ne? Ja, ja. Ja. Was? I don't understand this. I... I too. Me too. Verabflicht. Ich werd angerufen. Geht aber nicht. Geht nicht, du bist auch verflucht. Oh, geh rechts! Würde es nicht so schnell sein, wenn ich einfach in die Wachtfläche und schwammte? Ja, sicher. Wir versuchen das. Ich bleibe nur auf dem Boden. Wir haben's überlebt. Jetzt kommt bestimmt ein Wasserfall, ne? Lass mich raten. Lass mich raten. Lass uns noch ein Wasserfall. Das war nur ein bisschen krass ins Rack-Ding hier. Ah, mein Hesing. Ich mein vier. Ja, vielleicht ist das ein vier was. Ja. Es kostet auch gar nicht mal so viel. Aber du musst halt bedenken, du brauchst auf jeden Fall einen Koop-Partner. Ja. Ohne kannst du's nicht spielen. Oh, komm. Ja, weil du zu viel geredet hast. Nein. Doch. Nein. Du bist mega schwer auf meine Seite rüber gekommen. An was erinnert sich das? Mh, grad an den Two-Water-Filmen letzten? Nein. Was ist denn jetzt? Aus unserer Kindheit, mein ich. An... Rassiland. Rassiland. Rassiland, Leute, ist der Shit gewesen. Der Shit, Alter. Ein geiler Freizeitpark. Oh Gott. Das war der beste Freizeitpark, den es gab. Das war der beste Freizeitpark, den es gab. Magst du Scherben oder nicht? Das... Gerade das erinnert mich total daran. Das war's. Ja, na klar. Das darf überleben wir. Easy. Das ist aber nicht. Easy. Oh, ho, ho. Das aber nicht. Doch. Geht da also, was auch sein. der ganze stück hätten wir zu gut gehen können bin zu und helft mir hier mach mal ein bisschen schneller ja warum brauchst du zu lange zum blittern nein das war's ich kann mich hier haben hat er uns vergammeln lassen brauchte ich nicht komm Junge das schaffst du wieder so ein epischer sprung moment ja total geil bin ich diesmal runter geklatscht wieder nein diesmal hat es geklappt wenn du es nicht gewesen das wäre so das spiel ärgert uns aber noch mehr nee du bist ja runter gefallen und dann wieder hochgesprungen das ist ja das lustige glitsch und diese ladezeiten ne auf mal ja auf mal nachdem du das spiel richtig runter geladen hast und nicht nur die hälfte genießt den ausblick also was passiert hier ich hatte mal eine ich hatte mal eine ja die ist ja auch kaputt gewesen von dir oder nicht ja keine ahnung als ich noch in ihrem besitz war war sie heile aber sie hat ja irgendwie dies kaputt gewesen als sie letztes mal da waren fragt mich wie man das schafft aber egal anderes thema eigentlich sollten wir nicht bei den dialogen reden nee eigentlich nicht aber wir tun es aber trotzdem was dieser satz war gerade irgendwie so wir kennen uns schon zehn jahre du hast mir aber die geschichte nie erzählt was hast du getan wie die spielste mit kontrollern nein ich spiele mit Aus. Ich aber. Tastatur. Fertig mit dem Roller. Vielen Dank, viel gechillt da. Ja, ich... Schür nach hinten lehnen und ein bisschen dörren. Nach hinten geht nicht, mein Stuhl hat keine Lehne. Ach schon, ich kann beim einstellen. Oh, schwieg ich. Klar, ich habe den großen Ticken, aber... Wow, das ist voll der Blusstuhl, ich habe gar keinen Kehrstuhl. Für die Story-Let's Plays habe ich den Ikea-Hocker hier. Wie hieß denn der? Ich glaube, mein Stuhl ist Kevin. Kevin. Ich weiß es aber nicht mehr. Lass mich gucken. Mein Stuhl heißt Frosta. Sieht nicht richtig. Geldübergabe. Natürlich kann man mich immer... Aber ich vertraue mich nicht. Tastatur. Hier geht's. Ja. Also bei so einer Szene, die hervorgerendert ist, kann die Grafik schon besser sein. Ja... Ist voll okay, aber es ist so... So ganz zeitgemäß ist es halt nicht. Ist okay, aber die Story zieht. Ich bin mit euch zusammen mit euch. Ja. Ihr auch. Gib mir das Kass! Was zur Höhe machst du da? Gib mir das Kass, Leo! Händ es jetzt! Jetzt! Es ist nichts persönliches. Es ist nur Geschäft. Gib mir das Kass. Gib mir das Kass. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch zufrieden. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Es ist kräftig. Er ist derjenige, der wird sorge sein. Ich mache Dinge für mich, für mich und für meine Schöne. Der Harvey ist ein ganz blöder Bursche. Worauf warten wir noch? Worauf warten wir noch? Wieso ein Way? Harvey! Du willst wirklich den Harvey runternehmen, oder? Wie ich gesagt habe, mit oder ohne dich? Ich gehe nach ihm. Okay. Okay. Wo können wir diesen Ray-Guy finden? Wae hat nur seine Nummer gegeben. Aber ich muss sicher, dass meine Familie sicher ist. Ja, ruf ihn an, frag ihn. Wae, wo bist du gerade? Diese Ladezeiten offenbar, halt echt, ne? Ist das deine Frau? Ja, natürlich. Dein Kind? Die erkennst du doch. Alex? Ja, ich habe ein Auge aus. Ach ja. Geh nicht zu weit, Alex. Von der willst du doch was, ey. Nein, ich möchte sie doch einfach nur gegen meine Frau austauschen, weil meine doof war. Was ist denn? Was ist falsch? Oh, oh. Ah, ah. Dein Vater... Der ist von Italien, der sieht dem nur sehr ähnlich. Dein Vater ist im Knast. Er sieht ihm noch nur sehr ähnlich. Ah, shit. Alex? Alex! Ich habe jetzt deinen Sohn vollkommen enttäuscht von dir. Verständlich. Leo. Kann ich dir etwas persönlich fragen? Ja, sicher. Was ist das? Was ist das? Wie hast du und deine Frau gesteckt? Wie hast du und deine Frau gesteckt damit zusammen in dieser Reihe von Arbeit? Wir haben immer wieder zusammen. Sie wissen, sie kennt mich besser als ich selbst. Ich war... ...12. ... als ich mit der Orphanage. Orphanage? Du kannst sagen, dass meine Eltern nicht ihre Arbeit gemacht haben. Ich bin froh, dass du das hörst. Keine Ahnung. Ich kann sie gar nicht erinnern. Außerdem, ich war Glück genug zu haben, Linda zu haben. Sie war verrückt. Du weißt, dass wir zusammenkommen sind. Steal ice cream. Zigaretten. Weißt du, wir sind immer uns gegen die Welt. Es ist immer noch. Es ist immer noch, egal was. Das ist nur so, wie es ist. Das klingt großartig. Also habe ich eine ganze Zeit so nebenbei überlegt, aber irgendwie... ... Pilotin macht mehr Sinn. Okay. Bleib ein Blick auf meine Familie. Es sind eine Frau und ein Junge. Du wirst nicht wissen, wo sie leben? Sie mussten gehen, während ich drin war. Oh, Wei hat mir gerade geschrieben. Hat er in den Film geguckt? Ja. Nein. Nee, nee, aber es ist fast gerade echt gut. Top. Oh, ja? Mr. Fancypans mit dem College-Degree und dem Banking-Job? Nicht, wie irgendjemand davon hat. Ich bin jetzt hier mit dir. Es sollte mir sein, wenn ich mich auf dem Campingplatz bin. Alles klar, lass uns deine Familie finden. Können wir schauen? Glaub mich. Das wäre so lustig wie du... Doch, eh. Ja, aber du machst ja nichts. Komm auf die andere Seite. Du guckst dir das Ding nur an. Warum können wir nicht... Gleichzeitig, warte. Warte, geh nochmal hin. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, es geht! Ja! Natürlich! Was tut da, Robin? Du siehst zuerst. Nein, ich habe es gemacht. Ja, ich habe es gemacht. Ja, ich habe es gemacht. Es ist böse. Es sieht so gut aus. Ja, ja. Was? Nichts. Oh, geil! Du hast angefangen, ihr seid keine Kinder mehr. Ich habe eine Errunglichkeit bekommen. Tom. Tom. Ich bin sicher, dass ihr einen schweren Tag habt. Aber ich suche jemanden. Eine Frau? Eine Frau, oder? Eine Frau, oder? Ich habe eine leise Frau. Oh, ja. Jetzt erzähl dir einen. Schau mir jetzt. ich such mal weiter ich kann hammer wecken ich nagel mal eine runde ja den schweißer lassen wir mal arbeiten ich komme mit ich komme mitmachen kann man die die sachen abziehen das will ich auch machen warte hast dich erwischt ich bin die grad alle immer an schon das ist richtig geil ja nicht gut er war gut er war gut er war gut er war auch wieder ganz gut aus der einer weine raus das war's das war's komm mal du mal weiter weg von mir was schlägst du mich gleich zu können ohne daten hier ist ein junge das ist aber nicht mein junge glaube ich sicher ja wenn es das jetzt doch ist ne der würde mich doch erkennen ja müssen wir durch ach müssen durch die werkstatt durch da ist dein junge das ist mein junge eine grüne hose hatte an ja gut checken wir ihn mal aus er will bestimmt nichts mehr von dir wissen hey wow ja ja brauchst mal wieder helfe ein container verspätten weg zu meinem kind hey linda over here Leo hey oh cops das ist dem polizisten auch nicht aufgefallen nein gar nicht afternoon ma'am everything all right around here what do you want mind if we ask you a few questions yeah i do mind i'm kinda busy here ma'am your husband is broken out of prison stop calling me ma'am okay i have no clue where he is listen if he tries to make contact with you let us know yeah sure goodbye guck mal ja da oben ist er muss uns hinzeigen naja so da ist er einfach schön in die Pfanne hauen ja halt wir sollten jetzt gut sein, ok? also wenn ich die polizei wäre so ne dann würde ich doch das haus 24-7 ab jetzt überwachen erstmal mhm wir sind gut? die wahl namens nicht so schlau wir sind, wir sind in america ja, 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 wir sind gut gut hey, alex schau, wer ist hier alex ja, er will nichts davon dir wissen doch, will er jetzt heulst du ist okay kann ich überhaupt lesen? wie alt ist dein sohn? keine ahnung der musst du doch wissen als guter vater erzähle wohl egal hey nice to meet you ma'am guck mal ich kenne dich grad mal seit 3-4 tagen ich kenne dich grad mal seit 3-4 tagen du weißt mehr über deinen sohn als du weißt mehr über deinen sohn als du und natürlich hör mich nicht du kannst dich jetzt übrigens an meine olle ran schmeißen kannst du wirklich ok challenge accepted hey hey das ist eine wirklich schöne Fahrzeuge danke danke also äh wie lange hast du Leo kennst? ein bisschen ich glaube hey alex lass mich allein geh mal geh mal hinten der läuft grad weg der springt nur aus dem fenster da go go da läuft er fang ihn kannst du nicht schade ey guck mal wieso sehe ich dich da nicht ja irgendwas ist so wir leben in parallelwelten ok da mach ich mal mit deiner ollen weiter aber du siehst mich am fenster ja jetzt kann ich nicht mehr ja jetzt komm ich bin abgehauen kann ich helfen ja ein schraubenschlüssel besorgen natürlich bin ich profi denn wir können feile werfen ja wir können dart spielen ich weiß das machen wir gleich erstmal bringe ich deiner frau den schraubenschlüssel jetzt spiele ich meine runde gentleman danke ok willst du es für mich starten? ja ich kann das ich werde mich schon mal ein bisschen einiger ich starte schon mal das mutter ich ich muss erst der dame hier helfen ah der war kacke doch war 60 guppi er hat gar nicht zu scheiße auch wieder 60 können sie weitermachen bin halt ein dart profi ok viel wirf hasten gemacht jetzt 2 2 oh der wird nicht gut doch wuhu 180 mehr geht nicht du bist ja das ist auch unfair du hast schon frohe erfahrung aber das werde ich jetzt durch kann ich irgendwie reinziehen besser? ne ok fuck oh nur 15 oh was machst du da? das wollte ich gar nicht oh the hell with this warte 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 gleich andersrum abwechselnd warte du stehst im weg ja ich weiß es dann kannst du mich nicht machen das ist der echte vorteil mausempfindlichkeit runter bespricht mit 150 dpi wenn der zertrifft ah was was du sagst richtig nicht zu schlecht jetzt hat er ja aber ich darf jetzt auch ah the hell with this ja ok hm das hat ziemlich verkackt ja wenn jetzt musst du auch hin kriegen ja sieht man den controller spieler ah kacke ja doch ja controller spieler ist was ich hören geh mal weg ey fast da ach ja drei macht jeder ok knall raus das ding ja warte irgendwie ich will 60 haben was tust du da ich will 60 kriegen das wird gerade 60 scheiße ah du bist ok letzte runde ach mehr geht gar nicht guck mal ich hab das Limit erreicht nicht nicht zu schlecht nicht zu schlecht ach 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 das funktioniert naja komm 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 Komisch. Komm schon, Junge. Lässt er sich nicht in dein Reich. Mich heilt die ganze Zeit aufs Gas, okay? Was ist das? Hey, schau, dein Zeichen ist gebrochen. Wann? Ich heilte die ganze Zeit weh. Ist das so gewollt? Ich heilte die ganze Zeit weh. Wenn nicht Rechner ab. Musst du irgendwas anderes machen? Kann ich mit ihr reden? Alex, du solltest runter und es sehen. Kann ich mit ihr was aus dem Schuppen holen? Nee, vielleicht... Ja, du musstest erstmal progressen wahrscheinlich. Bei mir fährt draußen gerade Polizei vorbei. Passend. Ich dachte gerade so... Ist das in-game oder... Aber es passt perfekt. Ich liebe dich so viel. Willst du ein bisschen Basketball spielen? Klar. Aber du weißt, ich bin besser als du im Basketball, oder? Nein, du bist nicht. Ähm, ja, ich bin. Willst du ein paar Hubs schießen? Das könnte lustig sein, aber vielleicht sollten wir gehen. Oh, komm mal. Nur ein Spiel? Komm mal, Vincent. Okay, Leute. Ein Spiel. Bereit um zu verlieren, Junge. Ich werde gewinnen. Oh, du weißt, ich werde gewinnen. Haben Sie alle bereit? Oh, wir sind bereit. Okay. Vincent, pass den Ball. Alex, hier geht's. Ha, meiner. Oh. Ah, shit. Ja, ich wollte nicht passen. Warum hast du den jetzt eigentlich? Alex, hier geht's. Daddy, pass ihn an mich. Nee, ich will. Wir müssen dem Kleinen auch mal den Ball geben. Und nochmal. Der Kleine muss auch mal den Ball haben. Nein, muss er nicht. Daddy, pass ihn an mich. Wie... Du bist ja echt nett. Zu deinem Sohn, ey. Wieso? Was... Was stand der Ball denn hier? Ich bin alleine. Nein, du darfst ihn... Du darfst nicht reinmachen. Nein, nein, nein. Top. Top. Das kannst du so richtig gut. Hier, irgendwie glitscht. Bam, Alter. Bam. Der Ball teleportiert sich bei mir gerne mal. Oh, okay. Oh, okay. Übrigens... Das... Das... Das hat Fabi gemacht. Wie? Und... Ja, also... Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ja, das ist wirklich gut. Ja, das ist wirklich gut. Wirklich? Ich bin gleich da. Ja, okay. Ihr natürlicher Talent. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Im einfach so... Du bist gut. Sie sind einfach nicht mehr mit ihm. Was macht ihn nicht mehr mit ihm? Die sind ja... Ich bin nicht mehr mit ihm. ich weiß nicht mal wie ich weiß nicht mal wie die taste war um kopf zu werfen bei mir würde ich es ist ja ich treffe nicht er dreht doch er dreht gerade eine runde machen wir im wohnwagen ein kleines fikifiki ja warum sollen die in den wohnwagen gehen die können auch draußen reden ich habe einen lebensfüllen linda was ich weiß woher ist ich muss ihn finden ich bin sicher dass er weiß wo er schwebt habt ihr ihn schon seitdem gesehen ja er arbeitet an diesem neuen konstruktion in der stadt ok gut ich muss euch bereit sein Ich werde das Land weg, als nächstes ich zurückgekommen. Keine Worte, ich werde es sich umsonst. Du hast nur sicher, dass du sicher zurückgekommen bist, okay? Ja. Nein, nicht nur ja. Geh zurück zurück, oder ich werde deinen Arsch schlafen. Okay, ich versuche. Bei der Wälder, hast du das noch immer noch? Ich habe. Warte. Du weißt, das ist noch richtig los. Ich liebe dich. Hier geht's. Bist du auch im Zuckerrausch? Ich liebe dich. Ich? Hm? Weißt du mit Süßigkeiten? Hast du gerade nicht die Konnex-Fakung gesehen? Nee, habe ich übersehen. Hast du meine Fotos gesehen? Ja, du warst wirklich gut. Wie ich sagte, du bist ein echtes Pro. Du denkst? Ich mag den Kleingungen, der ist cool. Also, das war... Ich finde ihn cool, auch cool. Okay. Wollen wir mal einen weiteren Spiel? Ich mag den Kleingungen, der ist cool. Nächste Mal, ich versuche. Jetzt komm, gib mir einen Hund. Ich mag den Kleingungen, der ist cool. Also, das war... Ich finde ihn cool. Gehe deinen Mom, jetzt. Okay. Hey. Warum sein geiles T-Shirt? Bei meiner Familie lieber. Ja. Also, man merkt, mein Charakter hat mit seiner Frau nicht so wirklich... ...nicht ganz so die beste Connection, weil... ...die eigentlich gerade schwanger ist. Und... ...mein Charakter hat sich aber kein bisschen dafür interessiert, mal... ...tau zu kommen. Ja, äh... Ja, äh... Weil der Bruder muss gerecht werden, ne? Daher. Hey, 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 hey! Wo denkst du, du gehst? Wir sind hier, mit jemandem zu sprechen. Was ist das Problem? Was denkst du, das ist ein Kaffee-Shop? Das ist ein Konstruktionplatz. Du kannst nur hier einfach waltzen. Wenn ich wüsste... Ähm, Drohnen. Go! Ja, wir machen den... ...den... ...eben, wir machen meinen Weg. Richtig. Weil wir nämlich immer, wer letztes Mal bekommt... ...den anderen Weg, oder? Den Pussyweg, oder? Wegen... Wegen... Hey, relax. Don't worry, ich hab' das. Obwohl, das war ziemlich lustig. Äh... In der Szene war es richtig witzig. Da haben wir sogar von den Typen zwei Helme bekommen. Alles. Alright, Larry. This is how it's gonna be. Me and my friend here. We're gonna walk in there, we're gonna see your boss Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body, until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be, hey guys, you're welcome, then we have a problem. Wait. Are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Oh, okay, then. I hate that guy. So, uh... You're welcome. Go ahead. See? We're all friends here. Yep. Thanks for the time. It's easy. Just send me out. Alright, thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. I think that's one way of doing it. Well, it worked, didn't it? It worked, but you know, being nice can work too. I'm sure it does, but I can't help it. I've been like this since I've been here. You were probably just a sweet little boy. No, I wasn't. I don't know what you're talking about. Relax now, tough guy. Are you being sarcastic? What? Nah. Just keep me honest. Keep me honest about what? You being a nice little boy. Hey. Hey. What? I can't hear you. I'm looking for your boss. My what? I want to talk to you. Can you turn that off? I can't hear you. Turn it off. I still can't hear you. Sorry. I can't hear you. I'm looking for your boss. To beat his ass. I can't hear you. Can't hear you. Can't hear you. I'm busy here. What's your job here? How about you take a break? Help me find your boss. I can't take a break now. I will fire my ass. Okay. Well. Can you at least tell me about it? I don't know. I'll ask someone over there. I don't know. But that's if you're playing together. I'm going to be honest with you. I'm looking for your boss. To beat his ass. Really? Now that sounds like a great idea to me. Right? You know where it is? Yeah. Take the elevator. It's further down. You can't hear me. You can't hear me. You can't hear me. Damn back. He's killing me. I have to quit this job before I end up a cripple. You can't hear you. You've got to bend them or you'll blow your back out. They're all around. I'm losing my back out. Okay, ich warte auf dich. Die haben alle keine Lust mit mir anbrücken zu machen. Komm. Ich hab das so verkackt. Okay. Letztes Mal haben wir das richtig lange gespielt. Welche Tasten überhaupt? Komm. Oh Gott, ich bin da abgekackt gerade. Ich hab verkackt. Aber es geht ja sogar in meine Richtung eben. Ja, weil ich kurz verkackt habe. Komm. Razer-Tastator gegen Controller. Gegen Pissier-Controller. Ach du Scheiße ey. Kann ich nicht mehr erwarten. Komm. Komm Junge. Zieh durch. Shit. Alter. Max, das geht nicht. Und so lasse ich mit Fabi auch ey. Ah, komm Junge. Zieh durch. Ah, ich hab dich. Ja. Jetzt tut mein Arm weh. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, das ist mein Aufzug nehmen. Oh, mein Arm tut weh. Shit. Wo ist mein Aufzug überhaupt? Hier. Hier. Ich hab euch getäuscht, das ist mir leid. Stimmt ja, meine Kamera hat wahrscheinlich gewippt, weil ich die Tastator gespammt habe. Ja, ich bin auch die ganze Zeit auf eine andere Taste gekommen und hab rein und raus gesucht. Ja, ich hab eh einfach nur... Das ist vorbei. Ja, denke mal. Ah, da haut keiner ab. Wo muss ich lang? Ich hab aufgefahren. Ich mach's mir gemütlich. Komm, ich snack den mir. Komm. Also für solche Momente liebe ich das Spiel, ja. Da. Und Slack. Also ich bin hinter ihm. Wo bist du? Ich, äh, gar mal hier irgendwo rum. Ja, ich kletter eine Leiter ganz langsam ins Lärm hoch. Da kommt er. So, jetzt bin ich wieder hinter ihm. Wo, 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 shit. Kann er da mal... Was macht er denn? Seh ich doch. Oh, shit. Jetzt bin ich wieder hinter ihm. Das war cool. Geiler Slide. Und Sprung. Oh, shit. Ach, da ist er ja. Schöner Wahnwässer, damit man ihn gut sehen kann. Ja. Komm hoch. Ja. Ja, du bist denn eben hochgeklässert, wo ich einen Farcju ewig brauche. Ich werde ihn töten! Hey, relax. Ich weiß nicht, dass du das jetzt benutzt, okay? Ich bin nicht, ich bin nicht die 20-Stock-Variate hochgekehrt. Okay, tschüss. Whatever. Let's go! Ja, jetzt bleiben wir erstmal schön stehen. Reden. Wir haben alle Zeit der Welt gerade. Hehehehe. Bei mir hingen wir gerade beide ein bisschen in der Tür drin. Wollt ihr mich? Diese verdammte Hütte wieder? Wir haben ein bisschen Höhenangst. Ja, ja, ja. Ray, du bist ein tot Mann! Ich weiß, wo er ist! Auf dem Klo? Ich hab wohl den Sumpf! Hey! Oh, oh, oh! Nein! Da kann ich mich noch drunter erinnern! Entschuldigung, Sir. Maybe hier? Nein! Da! 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 Schau! Ne, da ist er auch nicht. Da ist er drin. Ja, bestimmt. Ah, da bist du. Hey! Wieso tust du nichts? Warum soll ich? Das ist die Waffe sogar. Also, sollen wir das öffnen? Komm rein, komm. Okay, go! Hahaha. Einmal failen. Ja, Kran halt, ne? Ich fahr dich hoch. Komm hoch. Ja, aber jetzt nicht zu tief. Ja, doch. So, du hebst ab. Oben. Oh, oh, Max. Ja, ich schneide den. Ja, weißt du und ich, der mit Höhenangst muss hier langlaufen. Ja, stimmt, ne? Mach dir solche Moves auf der Baustelle. Ich war grad, ich war grad so, oh, was muss ich machen, aber... Du bist gar nicht gefährlich von Höhenangst. Hey! Junge. Hey! Zack, die Leiter hoch. Ich will wissen, dass ich Höhenangst habe. guck mal kurz zum Kran. Ich kann grad nicht. Alter, ich brauch sie ewig. Da. Hallo, junger Herr. Ja. 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 Ich brauch da noch ein bisschen. Das ist mir immer Zeit. Ich glaub, dass ich mich mal beeile. Okay. Jetzt gehörst du. Jetzt gehörst du. Nein! Du Kacke. Geh weiter! Ich komm nicht weiter, Max. Jetzt. Warum geht es... Warum geht es nicht? Oh! Einmal durch die Wand gegitscht. Nice. Da. Und wieder durch... Okay, ich. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber ich hing in der Luft. Ja, na klar! Einmal Mimus Edge jetzt hier, ne? Ja. Eigentlich. Hätt ich auch Bock drauf. Das ist so geil mit der Position, mit der... Oh, die Kamera, ja. Kamera. Komm her, Junge. Ich hätte uns vielleicht einen Weg abschneiden müssen. Nein! Ich hab natürlich! Okay. Wo läuft der lang? Treppe. Jetzt haben wir ihn. Komm, das denk ich dir. Wow! Okay. Aber jetzt ist meiner gerade so langsam. Denk ich dir, Max. Alter, sind wir dumm. Da hab ich mit Fabian das in ein paar Sekunden hingekriegt. Einer unten lang. Du und die andere Seite, bitte. Er kommt zurück. Ja. Alter, dein Ernst? Der unten lang. Er kommt, er kommt. Oh, ich bin nur hängen geblieben. Geh die andere Seite. Also... Bleib da, bleib da. Na! Let me go! I can't hold him by my... Oh, shit. Sehr schön. Hallo, gar nicht länger. Jetzt kriegt er eine Lektion. Jetzt wird's witzig. Wird nämlich gefoltert. Raus. Sehr schön. Geschickt im Recht. Ach, Kabeltrommel. In der Leer. Du sagst mir, wo Harvey ist? F*** dich! Ich sag dir was. Du f*** mich, hm? Wir werden's sehen. Okay. Oh, schau an das! Hey! Eine Schlange! Hey! Ich weiß nicht, wie du das mitmachen kannst. Und du kannst es auf deinen Arsch. Du weißt was? Lass uns das hier für jetzt. Hey, Vincent. Ich weiß nicht über dich, aber ich sehe viele verschiedene Dinge hier, die diesen Mann reden können. Was hast du gesagt? Leute, komm mal. Ich habe keine Ideen. Ich auch. Lass uns sehen, ob ihr reden könnt. Ich hab schon so eine Idee. Oh, ich hab's. Ein Brechstange, ein Schweißbrenner. Lampster. Ja, ein Nagelpistool liegt auch noch, ja. Geld... Mit der Geldbörse. Ja, mach mal! Mach mal! Mach mal! Oh ja, warte. Lass den armen Mann. Geldbörse. Okay, okay. Familie zieht immer. Ich bin dran. Willst du sprechen oder was? Ich habe gesagt, Scheiße. Ja? Wie geht das? Oh! Oh! Wie nett. Warte. Jetzt komm. Warte, mach nochmal, mach nochmal Dings hier. Ich will wissen, ob du ihm auch die Eier abfackeln willst. Oh, warte. Da, Schweißbrenner. Feuer ist immer überzeugend. Ah. Ah. Jetzt? Dein Auto abgefackt ist. Oh! Einfach den Arm anzünden. Komm mal! Start zu sprechen! Ich sagte, start zu sprechen! Komm mal! Ja, dann hat er es nicht so abgepackt, wenn wir ihm die Eier abfackeln. Ja, legen wir hin. Warte, Lampe noch. Warte, die Lampe, richtig. Er ist um einen realen Schock zu bekommen. So. Eine Lampe? Du sollst das Licht in mein Eier setzen? Ist das deine brillige Idee? Oh, so nett. Nein! Du sprach zu sprechen! Oh! Bitte, stopp! Okay, Leute. Okay. Wir haben ihn befreit. Ich will dir, was du willst. Ja? Start zu sprechen, dann. Okay, okay, calm down, man. Calm down. Somewhere in Mexiko. Ich weiß nicht, wo genau, aber er ist in Mexiko. Er hat eine große Mansion dort. Das ist die Wahrheit. Ich versuche. So, das ist, wo der Ratter schlug, oder? Ja, das ist, wo er ist. Sag ihm, ich habe dir gesagt. Du sagst mir nicht, was zu tun. Du sagst mir nicht, was zu tun. Hey, calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Yeah. Where are you going? Don't leave me here. You crazy, untie me. Guys, come back! Das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Er hat sie dabei, ist die Sache. Das ist ein, ist ein tatsächlich ein Logikfehler. Er hat sie gleich. Wir haben uns gedacht, ja, er hat die vergessen und ist nochmal hingegangen. Ja, okay. Das ist schon leicht. Aber man sah die gerade so echt präsent. Was machst du? Ja. Was sieht es aus? Warte. Schau an. Auf der anderen Seite. Als ob das da liegt. Natürlich. Das ist doch, lädt doch schon dazu ein, Autos zu klacken. Ja, ja. Ach du fährst diesmal. Ich habe einen Kontakt, der uns aus Mexiko fliegt. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie wir diese Klo bekommen. Aber wir brauchen Geld. Ja, machen wir gleich. Wir können uns jetzt nicht riskieren, eine Bank zu holen. Es sind viel einfacher, die Bank zu holen. Wie was? Die Bad Boys. Wir schaffen uns nicht Geld. Ja. Ach ja. Ach ja. Ach jo. Diese Ladezeit. Ich erinnere mich noch geflasht. Auf einmal. Das stimmt. Die Gasstation. Du denkst, sie werden genug Geld haben? Sie haben besser. Ich gehe nicht nach Harvey mit nur einem Handgun. Ja. Ja, naja. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden. Okay, dann. Du bist bereit? Ja. Warum nicht du mir die Klo? Was meinst du? Schau. Wir müssen einen hohen Profil halten. Das ist nicht wirklich deine Sache. Ich sage, wir machen das den schnellsten Weg, Mann. Nur in und aus. Ich sage, wir machen das den einfachsten Weg. Lass uns nicht sehen. Ich finde meinen Weg besser. Ich meine. Wobei... Wir sind... Guck mal, ich bin doch abgefuckt. Das ist doch voll geil. Ja, und wir haben außerdem die alten Leute ausgeraubt. Richtig. Wir machen den krassen Weg heute. Aber ich muss vorher noch ausdrücken, bevor wir jetzt weiter... Wir machen jetzt hier nur eine kurze Pause, würde ich sagen. Okay. Okay. Wartest du so lange auf mich hier? Bleib da stehen, wo du grad bist. Ja, ich bewege mich. Wenn ich so weg höre, ich mach's doch. Ja. Ich hab die Aufnahme pasiert. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt haltet sie hier. Alleine. Checken wir mal ein bisschen aus. Was es hier sonst so noch gibt. Ein Motorrad. Allein, allein. Genau. Es wäre das mit den Musikrechten nicht so. Daher würde ich auch easy peasy halt wie ein Soundboard drin haben. So in den perfekten Momenten dann so bestimmte Songs einfach ausschnittsweise abspielen, die da einfach so gut zur Situation passen würden. Bei YouTube und Musikrechte ist Kampf. Das ist schon das Beste. Live-Strange-Stream von vor einer Woche. Wurde, weil bei Chloe & Max im Zimmer ein Song im Radio lief. Wurde von dem Label geclaimed, was das produziert hat. Und deswegen kann man den Stream jetzt nicht mehr in Frankreich sehen und in 23 anderen Ländern, die was mit Frankreich zu tun haben. Da sind Länder dabei. Da wusste ich doch nicht mal, dass die existieren. Da sind doch irgendwelche Inselgruppen vor Frankreich. Und andere Länder. Also ist top. Du musst einschlafen, weil morgen von 8 bis 23 Uhr unterwegs sein werde. Das ist groß. 8 bis 23 Uhr. Auf welche wenigstens was Schönes. So. Da bin ich wieder. Gut. Aber man läuft wieder. Ich wünsche dir aber viel Spaß morgen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß. Ponyo. Ich auch, was war so lange. So. Grinder. Ach, wir müssen gemeinsam die Tür aufmachen. Ey, ich will hier nicht starten. Ich will da erstmal rein. Ne, du musst dann schon starten. Nein, muss ich nicht. Oh Gott, ich muss nicht starten. Ich rede mal mit der Kanzlerin. Guck mal bitte, guck dich mal bitte nach Sachen um. Die Kamera und so. Sind sie hier allein? Ne. Äh, was? Du musst mal so ein bisschen, schau euch mal Leute raus. Das geht. Telefon kaputt machen, Leute raus schreien. Hey Mann. Wie geht's? Ich bin gut. Es ist nur, dass alles kostet einen Arm und einen Arm in hier. Ich denke, es ist ein Schweineteuer. Oh Gott. Das ist billiger. Oh nein. Ich wollte nicht aufhören. Hey Mann. Wie geht's? Ich bin gut. Es ist nur, dass alles kostet einen Arm und einen Arm in hier. Das wird nicht so ein Spaß, glaube ich. Oh, das tut mir leid. Du weißt, ich denke, da ist eine Verkaufstelle in der Straße. Viel cheaper. Oh, wirklich? Da ist es? Ja, ja, ja. Es war eine 10 Minuten von hier. Du fällst einfach den Weg nach unten. Ah, das ist groß. Danke für den Tipp. So, jetzt geht er raus. Einfach Kabel rausziehen. Wann geht denn der Typ raus? Keine Ahnung. Geh mal weiter. Da war mit dem Rest noch. Okay, los geht's. Alter. Das zieht er erstmal raus. Was ist das? Das sieht aus. Aber es ist nicht. Es ist die Schlüssel für den Register. Also öffnen sie. Du wirst deine Zeit. Du wirst mehr Zeit. Du wirst mehr Geld. Du wirst mehr Geld in der Register. Du wirst. Jetzt bleib dich da. Und du wirst. Okay, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Scheiße. Hey, Vincent. Es sollte hier irgendwo sicher sein. Wir sollten ihn aussehen. Ja. Jo, hinten. So. Hinten wahrscheinlich. Eigentlich hab ich den schon gesehen, ja. Oh. Oh. In my face. Du musst, du musst gegen ihn kämpfen. Oh, ich muss gelten. Und was mach ich mit der blöden Kuh? Lass ihn gehen. Haha. Knock aus. Ah. Achtung, die. Ja, ich weiß. Schau die Klerken. Du kannst einen Gehreisen machen. Ich zeige dir. Wir brauchen die Kombination. Gib mir die fucking Waffe. Gib mir die fucking Waffe. Gib mir die fucking Waffe. Gib mir die Kombination. Gib mir die fucking Kombination. Gib mir die fucking Kombination. Ich habe es nicht. 7, 3, irgendwas war es, glaube ich. Okay. Drei. 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 Null. Ne. Drei. 1, 3, 7. Ah. 1, 3, 7. So was. Aber ey, geil, dass ich die noch halbwegs im Kopf hatte, oder? Ach, jetzt hast du es eh raus. Das ist etwa ein Monat her. Sauber. Nun zahlen wir, ja. Ab zum Auto. So. Komm rein. Los, los. Oh, dein armes Polizei Auto. So. Dispatch. I had a 10.50 in pursuit. This is Johnson. I responded to you in 2.11. Perfect. Ah. Ja, kein Problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know what that is. Got it. Na, noch was trinken. Damit ich gleich wieder picken lehnen kann. So. Wir haben die Waffen. Du glaubst, das Waffen. Ich glaube. Stopp dich, Herr. Das ist nicht gut für dein Herz. Mein Herz ist einfach gut. Ich will nur wissen, was wir mit tun haben. Relativ, Herr Perenorin. Ich glaub sie, okay? Besonders, sie hat mir einen. Jetzt gehen wir die Waffen. Wenn du so sagst. Du musst mehr relaxieren, okay? Dann hab ich gehört. Ja, hab ich total. Ja, hab ich total. Bisschen aus wie Ghost Reck'n Wildlands. Mhm. Ich war grad so, irgendwie fehlt da im Hintergrund. So grafisch. So krass. Was soll da fehlen? Das hat Wüste? Ja. Ja. Ach nein, das ist Arbeiten, hab ich überlesen. Vertrau keinen Leuten, die so eine Hose tragen. Jason? Leo? Deine Frau trägt auch so eine Hose. Ich hab genau hingesehen. Ja. Die Träume haben vor uns waren. Oh, er ist mit dir? Ja. Dann viel Erfolg beim Arbeiten. Ich bin Vincent. Mein Beileid. Oh, hallo Vincent. Wie schön, dich kennenzulernen. Du bist ein verdammter Idiot. Was? Ja. 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 Du hast ein Problem mit mir? Ah, okay. Ja, Leo's Weg. Leo muss das regeln, Mann. Woah, woah, woah. Put the gun down. Jasmine. Put the gun down. Come on. I told you, he's with me. Let's just do this. Fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay, but it's the last time. And then we're even. Here. This should be more than enough. Hurry. Oh, wo bin ich? Ach, ich bin oben. Ich bin der Mann. Ich habe ihn geschehen. Ich habe ihn geschehen. Ah, du kannst schießen. Nein, nein, nein. Ich habe ihn geschehen. Warte, ich muss nachhören. Ah. Wow. Genau in die Richtung bitte wieder werfen. In die Richtung. Was machst du, Alter? Behalte die Richtung bitte bei. Ja, mache ich. Gut, Leo. Ich bin der Mann. Oh, komm mal. Was war das? Wow. Impressive. Ja, okay. Das ist so ein bisschen Aimasses drin. Oh, gar nicht. Alles cool. Alles cool. Wow. Stopp. Das habe ich auch eine Waffe. Ah, hier die MP, komm. Die brandneue. Ja, ja. Die brandneue. Ja, ja. Damals rausgekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Na klar. Du kriegst die gar nicht. Shit. Das hat bei mir in den Boden geballert. Echt? Ja. Ja. Ja, okay. Ich will die Waffe. Echt? Nehm die MP5. Mit dir reden. Ja. 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 Ich kann nicht mal auf ihr Auto knallen. Ja. Ja. Ich fahr so und wieder. Ja. Ja. Hast du eine schöne Waffe ausgesucht? Jo. Er zieht es erstmal einen durch. Ja, ist echt so. Ob das eine normale Zigarette ist, das wird steiflicher hier. Man weiß es nicht. Zum Drogen. Die Hosen nicht gut, Kinder. Die sieht schon so aus, als würde sie Drogen nehmen. Wenn man solche Hosen trägt, dann nimmt man Drogen. Also für eine Frau auch. Ja, die hat sowieso schon so viel genannt. Ja, warum sollte sie sonst mit dir? Ach, die verpfeift uns doch, oder? Ach, wir hätten ihr die Kugel geben müssen. Hätten wir auch. Aber das Spiel wollte uns ja nicht lassen. Hey, es ist mir. Ich habe ein paar Informationen über Leo. Okay, du wirst wissen, wo er ist? Ich habe ihn gerade kennengelernt. Gib mir seine Lieblings. Nichts worry about that. Sag mir, wo er ist. Mit einer Frage. Hatten wir schon eine Szene bei Harvey in da in Wamping? Nee. Nicht? Nee. Achso, weil wir haben ja eben erst erfahren, dass er einen wechselt, stimmt? Ja. Harvey! Harvey! Was ist denn? Ich habe ihn gefunden. Gut. Beide sicher, dass wir unseren besten Mann auf das. Ich will ihn tot. Hast du das? Ja, Boss? Tut. Nicht gut. Der gute Harvey. Der Harvey. Wird geladen. Also meine Frau. Nein, bitte. Meine Frau. Oh nein. Der randt sich ein und hängt in sich hin. Ja, jetzt hat sie ein Foto von mir. Ja, mal hin. Oh, 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 oh. Ah. Und der Vater ist nicht zu Hause. Und der Vater ist nicht zu Hause. Ja, ja, ich bin ein schlechter Mann. Ja, aber richtig. Aber, who cares? Ja, du bist wirklich ein schlechter Mann. Leo ist wichtiger und außerdem müssen wir ja Harvey schnappen und wir brauchen die Drogen und die Waffen und das Geld. Man kann diese Dame zu Hause, das Kind auch mal alleine. Das ist echt so, das ist noch nicht so schwer. Ich bringe gerade mal einen Kurztrip nach Mexiko los und muss jetzt noch ins Theater. Ich habe halt wichtige Dinge zu tun, ne? Business, Business geht vor. Well, da ist dein Telefon. Ja. Ich schaue mich. Sicher, dass du dir auch noch anrufen hast. Ich habe noch keine Veränderung für den Telefon. Jesus, Mann. Du bist ein Schuss. Was willst du, Mann? Es ist ein Veränderung da drin. Just leave me alone. Wie war es? Du weißt, da oben. Was? Vietnam? Ja. War es so schlecht, wie sie sagen? Es ist peinlich. War, Mann. Du kannst es gar nicht. Nicht? Sieht nicht so da nach Hause, oder? Ob er dir Geld gibt. Are you okay? War, Mann. Der muss sich auch echt verarscht bekommen. So zwei Männer, Wendung. War, Mann. Komm auf ihn zu. Reden über den Klick mit ihm. You served? No, I haven't. Ich kann nicht kein Geld besorgen. Ich brauche Kleingeld. Schau. Ich brauche ein paar Veränderungen. Wie soll ich sterben für einen Dollar? Alles klar, Mann. Erwischt. Ah. Danke. Du sprachst mit einem verabschiedeten Mann. Lass mich allein. Ja, ich habe Kleingeld. Nehmt du keine Hilfe mit dem? Nein, danke. Ich bin gut. Du sicher? Weil ich weiß, einige Träume. Schau, ich habe das. Okay? Okay. Ich will nur helfen. Glückwunsch. Ich bin gut. Ich bin gut. Mein Mittelkleiner. Entschuldigung. Ich habe Kleingeldheit besorgt. Sie macht einfach und reißt weiter, die Fotze. Das geht ja gar nicht. Hey. Sie schafft es nicht mal. Vincent. Ja, ich bin gut. Danke. Schau. Ich brauche, irgendwo fliegen. Äh, morgen. Ich weiß nicht, warum diese verdammte Scheiße ist. Kannst du das funktionieren? Ring, ring, motherfucker. Kling, kling. Okay. Was? Ring, ring, motherfucker. Oh, den Herren austreten. Antreten. Oh. Das ist ganz toll. Oh, nee. Oh, ich schiebe dich weg. Okay, okay. Danke. Komm, Vincent. Hast du schon mal so angefangen? Jetzt kann dir deine Frau auch egal sein. Ja. Ja, ich habe es. Aber ich muss gehen. Was? Was du sprachst? Du okay? Ich bin okay. Aber ich muss jetzt irgendwo sein. Red doch. Du kannst nicht einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas hat passiert. Erzähl doch einfach, was passiert ist. Kommunikation, Junge. Wir kommen zu weit, um zurück zu gehen. Du musst mit mir sprechen. Sag mir, was passiert ist in deinem Kopf. Ich weiß, wie es funktioniert. Gehe mit mir! Und die Bullen. Oder der Killer. Oh Gott. Der Killer. Du, da war ja was. Mit dem Schalldämpfer. Okay. Fine. It's my wife. She's... Oh, shit! Alter. Der wird doch getroffen, oder? Der wird nicht griffen. Lauf, Junge. Okay, ich bin oben. Krasse Dreieransicht hier. Hold on. Ich werde dir barricade die Tür. Hinschieben. Ja. Ich schieb. Schieb. Er kommt! Schieb. Schieb. Oh, stimmt. Man sieht ihn ja sogar. Ja. Ich weiß. Up there. The vent. I see it. Ich grittere. Ich grittere. Ich grittere. Wo müssen wir das Ding da hinschieben? Ähm. Ah, da. Leo! Geh da weg und ich schieb dich über. Schieb! Ey, ich matsch das auf, ey. Gleich haut das auf. Gut, nein. Oh, das schneid schon, ey. Oh, rüber, rüber, rüber! Okay. Komm hier. Ich lasse dich hoch. Hoch mit dir. Feil dich. Na, komm. Zieh durch. Oh, die Tür wackelt noch nicht wirklich. Oh, oh. Oh, oh. Lauf, Junge. Ey, die Dinger gehen kaputt hier. Wir müssen hier weiter. Das will ich nicht mal so sagen. Spiel ist auch wieder verschieben. So Thronentauben schießen und... Geil, das ist nicht der Schatten, da wo es bewegt. Von ihm. Stimmt. Das ist gerade in deinem Anblick, die man festgelegt. Wir können den nächsten von hier kontrollieren. Geh da hinter uns. Ah, okay. Ich muss hinter uns. Ah, nicht ohne mich. Oh, oh, oh. Er lauft nicht zu weit. Doch, er könnte ja auch nicht weitergehen und dich von der anderen Seite. Aber egal. Nee, das ist ja gerade so gut. Snack ihn dir. Haha. Ich könnte es weg, wenn du kommen würdest. Vincent! Ah! Ja, natürlich. Snack. Hilf mir. Warte, ich brauch kurz. So. Da haben wir einen. Gut. Nein, er macht nur ein Nickerchen. Wir töten hier doch keine Menschen. Menschen nicht. Nicht mal... Haben wir das jetzt gar nicht gemacht, oder? Nein. Wir haben noch nie jemanden getürtet. Die ganzen... Wobei... Ist halt die Frage, was mit den ganzen Wachen ist. Ich hoffe, die sind gut kranken. Und es ist die Frage, dass... Die sind gut krankenversichert. Ich hoffe, die... Ich weiß, was hier passiert ist. Ja, so nachträglich, ne? Aber wir müssen uns mit dem, was wir angefangen haben. Harvey ist going to keep sending guys like this. Danke, Vince. Deine Frau ist nicht wichtig. Dann warum willst du plötzlich weg? Das ist meine Frau. Sie ist im Krankenhaus. Was ist das Problem? Wir hatten nur ein Baby. Das ist großartig. Herzlichen Dank, Mann. Natürlich. Es ist großartig. Danke. Du siehst nicht zu glücklich. Ich muss sagen, ich finde die besser. Wen? Ich finde die besser. Meine? Dann lass doch fauschen. Ich habe es doch schon letztlich gestern vorgeschlagen. Ich bin halt auch dein Charakter eigentlich besser. Ja. Das macht der Bart halt, ne? Der Bart ist auch den Charakter. Also, du wirst deinen Kind sehen und dann gehen wir das Flugzeug. Du mit mir? Ja. Ich bin mit dir. Vincent, ich muss dir auf das. Du kannst mir auf das. Okay? Let's go. Ah, wir fliegen schon. In das Krankenhaus fliegen wir gerade. Ja. Ich konnte sagen, es war dein erstes Kind. Du kannst. Ja. Back at the hospital. The way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I, I didn't mean in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Now I'm pulling outside. Look, Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. But when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Ja, so gut. Schon doof. Aber erstmal ein Baby, wie wir ein Krankenhaus angucken. Vor allem, dass es auch nicht von der Polizei überwacht wird, aber egal. Ey, wir haben so ein Krankenhaus, das ist doch. Ja, aber ist doch voll der Triggerpunkt. Ja, trotzdem. Wenn sie das schlau wären. Das ist das, dass wir jetzt auch nicht mehr gehen. Diese Signale sind so verwirklich. Ich weiß nicht, sie sind ziemlich leichter für mich. Oh, hi. Willst du meinen Doktor? Wir müssen den Aufzug nehmen. Was macht ihr, dass ich dein Doktor? Na, warum? Du musst erst mal eine Anmeldung fragen. Wo wir dorthin sollen. Oh, wir können gleich spielen. Ich spiele jetzt mit dir. Ich weiß nicht, aber du musst ihn finden. Ah, viel gewinnt. Ja, warte. Ich frage erst mal eine Anmeldung. Ich wusste tatsächlich nicht mehr genau, wie viel gewinnt. Schande. Schande, Schande. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte meine... Meine Frau hat nur ein Baby gehabt. Oh, Glückwunsch, Herr. Danke. Also, äh, welchen Weg zum Maternitätskonto? Nur, ähm, den obersten Stock nehmen und dann folge die Signale. Ich kann nur nicht helfen, aber ich bin in Schmerz. Kommste? Sorry, aber es klingt mir, wie du das nur benutzt hast, als eine Entschuldigung. Ich muss dich nicht in vier Gewinne abziehen, leider. Sir, mit all deinem Respekt, wir haben eine private Konversation. Warte. Oh, du kalt das eine Konversation? Oh, mein Gott, danke. Oh, danke. Oh, nein. Oh, nein. Willst du jetzt auf seinem Seite? Ach, der Beziehungs... ...Stress... ...pitcht er den hoch? Ah, so. Echt? Warum? Ja, ich weiß nicht, welche Taktik besser ist. Hm, ich weiß, welche du gerade verfolgst, aber ich mach da nicht mit. Doch, ich mach da gerade tatsächlich mit, Scheiße. Ich muss mich überlegen. Oh, du hast verloren. Echt? Ach, kacke, habe ich doch geachtet. Easy, easy. Your luck. So, einmal noch. Ah, okay, eine Runde noch. Scheiße. Es geht doch genauso los, Max, ey. Ja, klar. Warum? Warum lieferst du mir schon wieder eine Vorlage? Oh, schade. Da hatte. Hm, 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 hm. Mann, kannst du das nicht mal übersehen? Ob verloren. Scheiße, ey. Ja, du hast geschummelt. Ja, ist okay. Ist nicht so mein Spiel. Komm, ich muss jetzt zu meiner Frau... Nein, wir wollen jetzt noch mit ein paar Leuten reden. Da ist noch ein Mädel dahin, die heult. Einmal, warte kurz. Ganz kurz. Ja, aber ich hab schon... Okay. Die hier, die will noch... Das ist eine Oma. Ein paar Tipps haben. Ja, die will noch Tipps haben. Du siehst, wie du bist durch hell und zurück. Wir waren in einem Auto-Akzident. Oh nein. Oh nein. Das wäre so toll, wenn wir jetzt die alten Leute hier wieder treffen würden. Guck mal, Frage, wie es denn geht. Wie haben wir das? Was hat das Auto-Akzident? Sie sagt, ich habe in der Wurde geflogen. Er hat es gemacht. Du hast es gemacht. Er hat es gemacht. Bist du sicher, dass du mit dem alten Mann fahren solltest? Natürlich. Ich bin ein guter Fahrer. Gut. Er hat das Auto drei Mal schon. Du solltest seine Schläge nachher. Gute Idee. So, komm, wir müssen zu meiner Frau. Oh, ja, die hat doch kein Kind, ey. Ja, aber ich muss doch meinen Sohn und... Ich weiß auch noch nicht mehr, ob es Sohn oder Tochter ist. So, jetzt machen wir tatsächlich... Dein. Oder? Warte. Was tun wir nur? Okay, er war ja, Mann. Es ist lustig. Es ist wahrscheinlich ich. Es ist? Ja, ich bin hier viel. Ich... Oh, gott das Dezis. Die Doktor kann... Okay, all right. ...finger out, was ist, aber... Okay, all right. Ja, du musst dich nicht überraschieren. Ich glaube, es ist nicht so, dass es kontagierend ist. Es ist gut. All right, well... Das ist mein Stad, also... Ich fühle mich. Also, ich erwarte eigentlich, dass meine Frau... Oh, 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 wir müssen jetzt hier. Oh, oh, nein. Ich dachte ich richtig lange auch hinweggekriegt eigentlich. Scheiße, was? Nein, in welche Richtung muss ich denn? Ah, mein Bruder! Ich muss jetzt zu meiner Frau. Nein, einmal noch, komm. Ich muss dir meinen Lampen drehen helfen. Also, was ist hier passiert? Die Blut hat rausgekriegt. Das ist die dritte Zeit dieser Woche. Problem mit dem Weisring? Nein, das Weisring ist gut. Ich denke, es ist ein Geist. Was? Ah, nicht zu ihm. Der böse Geist vom Krankenhaus. Das ist kein Geist. Es ist kein Geist. Wie kannst du so sicher sein? Ich habe sie viele Tage gesehen. Alles klar, einfach bemerkbar da oben. Ja, ich weiß. Ich bin ein Schöchern. Ich bin ein Schöchern. Und so kann die Elektrizität nicht. Ich bin ein Schöchern. Ich bin ein Schöchern. Interessant, aber ich muss zu meinem Sohn, Tochter... Entschuldigung, Ma'am. Du bist in der Union. Ja, ich bin ein Schöchern. Und, äh, wir sind in der Union. Äh, Carol. Bereit? Okay, folgst mich, Herr. Danke. Danke. No wonder this country is going to help. Don't you have anything better to do? I was just about to ask you the same thing. Hey, Leo. You coming? Come on, Leo. Nein. Komm schon. Warte. Der Typ ist auch ein Schöchern. Was du looking for? Bier, Mann. Are you kidding me? Du bist in der Krankenhaus. So? Ja, helf ihm mal. Ja, helf ihm mal. Ich brauche, Leo. Ich brauche wirklich, dass du verdammt hast. Ja, gute Glück mit dir. Danke. Hey, Leo. Geh hier. Ja, gleich. Hier ist noch eine Schwangere. Ja, helf der Schwangeren auch mal. Nein, nein. Es ist eine Frau. Leo, wir haben nicht alle Zeit. Meine Wrau und ich hatten einen Mann. Und ihr Bellen sah nur wie dein. Die Wahrseigerin. Natürlich. Das ist ein Junge da drin. Komm rüber. Ja. Leo, ey. Danke. Danke. Hey, Carol. Oh, ein Baby. Are you okay? Oh. I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. Oh, seine Tochter. This is, uh, Leo. It's nice to meet you, man. Yeah. Uh, baby girl, huh? Uh, I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And, uh, congratulations, by the way. Can I hold her? Die verdammte Drugs. Die brauchen nicht mehr Hilfe. Okay. Uh, Natürlich. So trinken wir nach dem Wasser-Spender. Ja, klar. Give me my Tochter. So, jetzt laufe ich mit dir weg und fliege nach Mexiko. Sorry. Nein. Ich wollte gerade Karten werfen. Oh. She's so beautiful. She is. You know, I miss you. Vincent, please. I love you. So much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Und ich dachte schon, du spannst jetzt durchs Fenster. Dude, you know, I got someEurope. Oh, oh, oh! Oh. Oh, oh, ah! weil wir dort sitzen, Pet Stupe. Wir sind nicht wegen uns da hinten, sondern wegen der Mitbe樣getung. Sie haben Fahrflucht begangen. Das war seine Begründung. So, Tochter mit dem und raus. Geh. 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 Da ist er! Er läuft nach uns! Wie läuft du denn, Alter? Was machst du? Er hat geleckt. Ja, er hat geleckt. Er ist da! Stopp! Sie sind unter uns! Stopp! Sie sind unter uns! Stopp! Sie sind unter uns! Stopp! Stopp! Hey, yo! Stopp! Smacker! Lauf! Und jump! Das ist echt cool. Dann snick dich mal durch. Natürlich! Na klar. Ach ja, da reißt du dir auch nicht die Hände, Arme mit auf. Einmal... Ist klar, dass der OP so offen ist, ne? Auf damit! Ist jetzt mehr. Zack. Das ist auch richtig cool mit der Ansicht. War so, Kamera so. Ist da mal ohne Street Fighter. Ist echt so. Das sieht richtig gut aus. Ja. Ja. Lauf! So. Ja. Ja klar! Da gibt er einen. Da ist es. Ja. 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 Und der nächste. Ja. 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 Wenn was. Ja. Ja. Joach. Ja. Fenster. Immer gut. Check die Fenster. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist nicht so stupend. Du kannst nie wissen, wo die Fugendien sind. Ich bin nicht so sicher. Guck zurück. Ja, sieht so aus. Also, wo ging er? Ich glaube, er schickte runter und fuhr aus. Ja, muss ich schnell sein. Ah, eine Leiter. Kann mir ja gerade richtig. Klar. Gar nicht auffällig. Dass wir das nicht gehört haben. Ach komm. Ich wollte auch so eine Geilfight-Sequenz haben. Du kommst mit mir. Komm her und ich schüttere ihn. Ich will den Dördchen jetzt nicht schüttere ihn. Ich will ihn nicht schüttere. Ich will zurück. Feuerlöscher. Nice. Ich kann das nicht schüttere. Nein, mach nichts dumm! Geh weg! Geh weg! Schutze! Geh weg! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Tür! Öffne! Immer der Sparte wird festgehalten, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm. Das sieht dann auch richtig cool. Oh, Crap! Verdammt! Denk, Vincent, denk! Ah, ich versuche es zu blenden. Setz dich doch einfach da hin! Naja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Guten Abend, Frau. Guten Abend, Officer. Wir haben zwei Fugitives im Hospital gerade jetzt. Ich weiß, ich weiß. Mein Kollege hat mich gerade telefoniert. Ich denke, es sind die beiden in der Bibel. Ja. Haben Sie sie überhaupt gesehen? Nein. Sind sie in irgendeinem Weise gefährlich? Wenn Sie sie sehen, machen Sie sicher, dass Sie sich sicher bleiben. Bleibt weg und kenne auf jeden von uns, okay? Wir machen das. Lass mich wissen, ob ich noch etwas anderes kann, um zu helfen. Natürlich, Officer. Ich bin sehr hilfsbereit. Wir kontrollieren diesen Weg jetzt. Wir sind bei uns. Wenn Sie sie hier sehen, ob Sie es überhaupt nicht schmerzen, lassen Sie uns wissen, okay? Natürlich, Officer. Danke. Bleib sicher, Frau. Okay. Kann es gehen. Kann es mit dir reden? Oh Gott. Oh, Mann, geh weg da! Lauf! Dass er dich nicht erkennt, ey. Ja, ja. Oh. Na. Ja. Freeze! To hell with it. I'll jump out of the window. Sprung! Na, natürlich. Sehr nice. Und da kommst du. Natürlich mal wieder den gewaltvolleren Weg, ne? Ach, los, komm, du bist los, Experte. Finde ich ja auch. Finde ich ja auch. Surrender! Freeze! Shit! Was? Ich habe ein Problem. Komm, wir helfen. Immer gibt es Probleme mit dir. Wo ist unser Auto? Auto. Das darf ich dir geben. Da ist er. Auto fahren. Oh, nice. Der weicht natürlich aus. Natürlich. Jetzt habe ich die MP5 in der Hand und mache ein Bullet Time. Mit Führerschein. Ja, bitte. Nee. Oh, du fängst hier natürlich keine Kugel. So, jetzt fährt der Junge mit Führerschein. Mit Führerschein, natürlich. Ja. Jubi. Sauber. Jetzt wird Hammer gemacht. Und der Flugplatz. Du bist sicher, es ist ein guter Pilot, oder? Ja, irgendwie sicher. Komm schon, Mann. Du weißt, ich bin kein Fan der Heiz. Nehm dich. Emily ist ein großer Pilot. Sie war praktisch auf dem Flugzeug. Die Emily. Die Emily fliegt uns nach Mexiko. Mechiko. Mechiko. Bolivien überhaupt zu haben. Wie geht's? Gut. Hey, Leo. Schön, dass du dich kennst. Du auch. Also, du bist ein Freund, ich glaube? Ja. Ich höre, du bist ein guter Pilot. Na, ich weiß nicht, aber danke. Okay. Emily. Wie geht's? 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 Mechiko. Mechiko? Mechiko? Du musst mich schulden. Das ist weit zu weit. Ich bin nicht nach Mexiko. Emily. Du weißt, dass ich dir immer gut paye. Wenn du in Mechiko bist, du musst mir viel mehr paye als gut. Wir payen dir doppelt. Du steckst da. Doppelt, oder? Du gut für das, Vince? Ja. Ja. Wo gehst du? Wo denkst du? Mexiko? Ja. 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 Sie braucht das Geld. Ja. Und wo sie anschaffen gehen. Nein. Du musst mir glauben. Ich sage dir die Wahrheit. Ich würde nie etwas sagen. 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 Nein. Unser Junge. Den mit den verbraten Eiern. Du weißt. Du weißt, du musst mir vertrauen, Harvey. Ich versuche. Bitte. Bitte. Lass ihn gehen. Oh. Danke. Oh Gott. Ich weiß schon, wie er gehen wird. Natürlich. Was denkst du? Wir brauchen mehr Menschen. Er kommt. Oye, Juan. Dime, Chef. Wir brauchen mehr Menschen. Ja. Wie viele? Alle. Aber was ist passiert? Nicht fragen. Hör ihn nur. Ja, ist klar. Was? Nein! 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 Ach, dass er drei Schuss braucht. Einer reicht doch raus, ey. Hey. Here you go. Hey Vincent. Who is this Emily really? Don't even ask. Ich sehe da nämlich irgendwas cooles. Ja, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank is right over there. Ja. Langweilig. Thanks. Ist das ein Geldautomat oder was? Ein Geldautomat, natürlich. Ich hab's nicht erkannt. In einem Flughafenhangar. Let me see. Ja, wer weiß. Ja. Aber es wird ein langer Weg durch den Dens Jungeln sein. Das ist gut. Du könntest auch hier überraschieren. Das wird viel höher. Uh, nein, danke. Ich bin nicht gut mit den Heiden. Was, was du willst. Wait, Emily. Do you have parachute here? I do. Hello, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. Just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Oh, shit. Alright, alright. Ich würde zwar ganz gerne den anderen Weg mal wissen, weil... Aber, ne. Weil, Leo, ich bin enttäuscht von dir. Auf der Weg nach unten. Hey, das ist nicht even lustig. Relax. Ich zeige dir die Basis, bevor wir gehen. Ja, du bist besser. Bist du jetzt kackig? Was? Nein, was auch. Just show me the Basis. Ich habe das. Gut. Emily? Ich werde den Strom enthalten. Alright. Sorry. Es kommt mit uns. Just get it on the plane, okay? Got it. Guys, can you please find my logbook? Oh, klar. Erstmal dahinten laufen. Erstmal ne Runde daddeln. Ich bin eigentlich hier, ne? Du, Nate Ball. Ah, oh Gott, nein. Das ist so scheiße. Haha, verkackst. Oh, verkackst. Nein. Oh Gott. Was? Haha, komm. Das, wenn ich, glaube ich, wollte ich haben. Das darfst du nur dreimal berühren. Der war, der war doch drin. Nee. Hast du das gesehen? Der war gut. Ah, easy. Nein. Falsche Richtung gesprungen. Ja, klar. Also, bei dir ist es immer so ungenau bei der Ansicht. Ja, bei mir hat es gerade auch. Den hättest du niemals kriegen dürfen gerade. Komm. Kann ich mir jetzt wissen, dass wir den Asien? Merkst du schon? Ne? Oh ja. Nein. Oh, top. Dammit. Ja, natürlich. Das ist Bullshit. Richtig. Du hackst. Ja. Ja. Der Bounce. Alle. Wie bekommst du die denn manchmal? Ja, aber das ist bei mir... Ah! Okay. Ich will nicht darüber sprechen. Ich will darüber sprechen. Okay, dann mach ich die Hangartüren auf. Ach, du wirst das Flugzeug tanken. Okay. Was macht die Dinges gleich aus? Leute! Komm' an! Unplatte die Luftlinie! Muss ich dir helfen beim Tor? Bestimmt. Nee. Das war nicht. Ja, nehme ich die andere Seite. Die ist doch schön oder nicht? Nee. Da hätte man zum Beispiel jetzt mal eine geile Kamera-Perspektive machen können. Ja. Ich bin als erster im Flugzeug. Ja, ich schubse dich auch als erster aus dem Flugzeug wieder raus. Das kann man so werden mit dir, ey. Ach ja. Ja. Also ich wäre ja lieber im Flugzeug gelandet. Das ist mir ein bisschen zu hoch alles. Ja, holt später. Ja, wir fliegen. Ich bin das drin. Ja, wir fliegen. Da fliegen wir. Wo sind wir grad im Spiel so? Vor ner Ding? Ist das noch lange? Oder? Bitte, na. Was? Nein. Du? Ein bisschen. Nur genug, um mich zu fokussieren, weißt du? Das ist gut, ja. Weißt du? Ich habe mich über dich studieren mit deinem Leben. Ich könnte für dich eine Lösung haben. Okay. Du solltest sie schreiben. Was? Ich meine, ich will nicht interferieren, aber ich hatte eine andere Situation mit Linda. Ich habe sie geschrieben. Und es funktioniert. Ich habe es alles aus, und sie gab mir eine zweite Chance. Ich sage nur, dass ich eine Art wirklich hilft. Ich meine... Natürlich, das ist auf dich. Ich meine... 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 Ich sage nur... Es war eine gute Sache. Das ist alles. Du fühlst mich? Ja, aber ich bin nicht wirklich der Schreibstil. Ja, ja, ja. Ich meine... Es war nur eine Idee. Es war nur... Anyway... Glückwunsch auf das Baby. Ich bin wirklich glücklich mit dir. Ja... Danke. Ja... Da fliegen wir. Das kann witzig werden. Ja... Das kann witzig werden. Ja... Das kann witzig werden. Ja... 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 Warte. Ich kann das tun. Ich bin okay. Ich bin okay. Ja... Oh... Ja... Du hast mich überholt. Das... Snack ich an dir vorbei. Das war gut, Sau. Wir sollten mal ein bisschen beieinander bleiben, würde ich sagen, oder? Ja... Jetzt wirst du unter mir. Du musst runterkommen. Du musst mich retten. Ich komme. Das Szenario ist schlechthin. Ist echt gut. Ach... Du hast es mal wieder verstanden, Mann. Ich bin so Angst vor Hüten. Bist du mich schützt? Bist du jetzt wirklich mich fragen? Warum nicht? Du bist nicht so Angst vor. Du bist so Angst vor. Du bist so Angst vor. Du bist so Angst vor. Oder soll ich einfach lass dich gehen? Das ist nicht lustig, okay? Ich denke es ist. Also? Was? Du sagst mir oder nicht? Okay, okay. Ich schlief, als ich jung war. Ich will noch mehr. Du schlief, von was? Komm mal, Mann! Du schlief, von was? Ich schlief, von was? Ich war auf dem verdammten Stamm und brauche meinen Arm. Stopp, Fragen zu fragen. Ha, das ist es? Du hast deine Arm? Was bedeutet das, das ist es? Ich war 8 Jahre alt! Hörst du? Ich habe das genug. Ich lasse es gehen, dass du immer fragen wirst. Du hast die Fragen zu fragen. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht mehr als ein Arm. Ich liebe dich, Mann. Ich bin ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du hast eine Punktlandung. Ah, Cut-Ziel. Ja, ich hab dich, Leo. Du schliefst mich nicht mehr durch deinen Bauch! Hört einfach mich an, ok? Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Du schliefst mich an. Ich will nicht. Ich bin ja nicht mehr als ein CSP. Ich hab' egal. Eigenrunderspiel, nochmal zu spielen. Drittes Mal. Du one Ring? Mit Harvey massiv diesen Tuguss? Ich mache das so. Was macht dich so gut? Ja, ich weiß nicht. Ich mag ein Gefühl, das ist etwas. Und das ist nicht so schwer, etwas zu verkaufen, wie der blaue Arlong. Ich verstehe trotzdem noch nicht, wie du das insulted hast. Ich bin ja eigentlich perfekt mit dem ich mache. Ja, klar. Ja, es wird bestimmt eine wunderschöne Ballerei gleich. Mit den ganzen Wachen. Beistück. Eine von dir, einer von mir. Wow. Oh, Spoiler ist voll. Hey, 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 geh in den Kopf. Der Kopf ist verletzt, der Kopf ist verletzt, der Kopf ist verletzt. Oje, willst du ein bisschen? Nein, dieser Kopf ist da. Du siehst, zwei von ihnen. Ja. Ja, da ist auch noch einer. Bleib hoch, wir flanken sie. Okay. Es sind drei Leute. Ah, nein. Hätt zwar früher sagen können. Oh, der ist von der. Oh, Scheiße. Das war ein Header. Ja, Shooter-mäßig bin ich jetzt da gerade im Nachteil gegen die Kontrolle, aber... Äh, komm. Ne, da kommen wir nicht weiter. Äh, lauf. Er liegt da. Oh, ich brauche dich hier wieder. Guck mal. Kommst du nicht alleine hoch? Das kennen wir doch irgendwie schon. Irgendwoher kennen wir das doch. Ach, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Top. Ja, welflich, ey. Blinke Maustaste. Irgendwann muss ich es leeren. Oh. Oh. Ich hab den Weg gesehen, Kollege. Oh, das war ich hier. Du bist irgendwie... Ich hab wieder bei dir geguckt. Das war knapp. Ja, ich komme. Komm mal. Oh, eben nicht lang? Ja, aber ich lenke das voll gerade auf mich. Ah. Tür aufmachen ist gar nicht die Lösung. Ne, nie die Lösung. Kommt der noch nicht hoch? Jetzt komm ich hoch. Warte kurz. Nein. Warte kurz. Was fällst du da runter? Der hat jetzt halt immer kaputt. Ab, der trinkt ein Bier. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauch Cover. Oh, ist das nice. Nice. Mach einfach alle weg. Läuft. Komm noch her. Oh Gott, ich krieg ja gerade gar nichts, Alter. Einer geht noch. Ach, da hinten werden Hedda gekriegt, Alter. Puh. Sehr schön. Bin ich. Guck mal, da bin ich. Hallo. Hallo. Oh Gott. Geben, mach weg, ey. Das müssen wir nicht feststellen, so. Den kann ich nicht. Den muss ich machen. Die Leichen kann ich nicht nochmal schießen. Der ist down, oder? Ja. Da. Oh, der ist weggeflogen. Oh. Kaff nicht. Let me hit, man. So. Da ist noch wer. Komm. Zeig mir dein Köpfchen. Kevin. Nur jedes zweite Mal. Oben ist noch wer. Bin da oben. Jetzt. Okay. Da ist noch wer. Irgendwo. So. Das war's. Ich komm. Zieh Ruhe im Dschungel. Lass mal da hin. Ja. Come on Vincent, help me out over here. Ja, Vincent, helf mir mal. Ja, ja, Vincent, kommt schon. Ja. Oh. Oh, mit dem Chora. Hätte halt da einfach über die Mauer umspringen können, aber egal. Ja. Ja. Aber dieses Tor ist elegant. Ich glaube, ein Kuss-Tor-Bridge wird uns stoppen. Was für ein Schuss. Was für dich, oder? Too bad, ich bin nicht auf vacation. Wow. Ich wusste nicht, dass Mexiko so schön war. Ach, wie das Schien. Vincent, help me out. Ach, ja. Kannst nichts alleine, ne? Nee, ist echt so. Wait, wait. Du, amigo. Du, amigos. Ja, ich hab's verschissen. MP5. Ist grad frisch auf den Markt gekommen. Gute Waffe. Und da unten. Zack. Vielleicht mal triggern, dass noch mehr kommen. Ich hab's nicht anatmen. Wie bitte? Nee, kann ich nicht. Ich bin in Slow-Mo leider aufgetan. Ich hab's nicht anatmen. Das ist einfach. Das ist einfach eine große Angelegenheit. Ich hab's nicht anatmen. Das war dein... Ich hab's nicht anatmen. Ich hab's nicht anatmen. Ich hab's nicht anatmen. Komm. Man sieht nur seinen Kopf, wieso krieg ich den Headshot nicht? Jetzt. Over here, Vincent! The gate is open! Let's go! Let's go! Let's go! Shit! They're closing the gate! Oh wow, natürlich. Na, so oft laufen ist nicht gut. Die, bitch! Alle tot. Äh, weiter geht's. Auto! Over here, Vincent! Let me burn this car! Ich glaub das Auto-Modell kennen wir irgendwo her, ne? Ah, ja. Ja, aber ich weiß, was geht jetzt. Der hat aber einen anderen Anstrich bekommen. Ich glaub wir hätten auch einfach über einen Zaun klären können, aber egal. Brute Force. Always ein Winner. Wir haben eine Waffe hier. Und ich hab eine Waffe. Ist deine Waffe cool? Ja. Hier und so. Deine doch aber auch, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Schrottkern nehme. Jetzt ist die andere. Ja, wir haben aber nachher ein bisschen Entfernung drin. Aber nimm die mal. Probier das mal aus. Oh, ja. Mein, 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 mein Ding hier. Mein Fachgebiet. Jetzt wird's übrigens krass. Da haben wir ein paar Mal für gebraucht. Okay. Oh, Scheiße! Geh raus! Scheiße, Scheiße! Du bist ein totes Mann! So, lass mich mal, lass mich mal erst mal machen. Du wartest erst mal gleich. Also ein Stück erst mal weiter. Das ist hier... Oh. Oh, ich bin schon voll weit hoch. Wieder bei dir geguckt. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Ich muss hier ziemlich weit nach vorne kommen. Lenken wir mal ein bisschen ab gleich. Hab's geschafft, Alter. Das hat Bär letztes Mal ewig gebraut. Okay. Wie kommen wir jetzt nicht von? Du musst gleich Krieg drauf schneiden. Okay. Oh, hier bin ich. Sehr schön. Ich hab dann mit Fabi richtig lange für gebraucht, tatsächlich. Und hoch damit. Ich will ein bisschen was. Willkommen, Party-Tantle. Cool Party! Da ist jemand bei mir, um die Ecke direkt. Der da. Der ist nicht mehr. Hallo ihr... ... ... Schottkern war ne gute Wahl. Ja, die ist ziemlich krass, glaube ich. Oh! Nur oft du fannst halt. Ich merk schon. weiter geht's ja ich habe gedacht ich kann ihn auch schlagen aber nicht aber jetzt darf ich diesen wunderschönen flank noch mal machen okay wenn du sterbe ich gleich die verrückte er ist gut alles gut obi gaming ist da oh mein gott wir haben die technischen probleme heute erst mal beseitigt das spiel wollte nämlich nicht es war bei mir nicht komplett runtergeladen deswegen wollte das ein level nicht laden wir haben eine stunde verplampert um das herauszufinden dann war mein internet mal wieder weg beziehungsweise es lag nicht mehr internet sondern netzwerkkarte so und 123 klatsch los geht die kunden ich muss noch nachladen lauf doch junge lauf ich drück finden habe ich halt wieder auf die haut richtig ein rein hier ja habe ich will zeigen welcher der mann im haus ist habe ich will sein ja wir haben mit pate hat ein bisschen stress der hat mir hat mein bruder umgebracht das problem naja wissen wir dazu genau ja wer weiß also der ich bin davon überzeugt dass er mein bruder umgebracht da oben sind wir noch das habe ich habe ja aber da oben ist noch wer mag das geht nicht was du immer nicht kümmer dich ich kümmer mich um habe ich mir auch um habe ich kümmer mich um habe oder auch nicht habe ich mache eine schöne villa kaputt ich habe mir auch gedacht er schützt mich um hoher werden mit der schrotze eigentlich müsste er jetzt an der wand kleben ich frage mich warum bringt man habe ich einfach nach amerika wieder und lässt ihm alles gestehen warum muss man ihn killen du wirst überhaupt wir sind in den don't even think about it slide it over all right here you go mit der nur diese villa gekauft hat wahrscheinlich mit einem diamanten äh ich hätte lust komm komm max komm komm gönnt mir naja gönnt mir kommen du weißt du sie. crazy mother fucker bin machst komm ok das hat mich überzeugt ja jetzt habe ich die goldene waffe das ist auch das ist okay Ist die wirklich golden oder ist das nur wieder das Licht? Das ist golden. Er ist so witch, der Boy. Ich habe es noch immer noch. Das ist, was du hier bist, richtig? Der Diamant. Es ist alles dein. Es ist in der Schiff. Da oben. Du kannst es nehmen. Geh es! Okay. Das wäre jetzt der beste Move. Das fühlt sich Leo so richtig verarscht. Schon wieder wird ihm der Diamant geklaut. Oh. Noch eine goldene Waffe. Oh, 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 oh. Ja, ja, wir wollen da hinten hin. Wieso kann ich nicht schießen? Da, ach, ah, okay. Komm. Komm, dann krieg ich. Jetzt. Easy. So, und jetzt kommt er noch richtig schön auf den Tisch. Wird er lang geschliffen und dann landet er im Pool. Ja, das muss leider jetzt sein. Okay, Shotgun ist heute jetzt Satisfaction pur. So, guck er so. Eieieiei. Stop, jetzt wird er nochmal sauber gewaschen. Ich hab mir auch gedacht, ey, ja. Wir sind maler, wir sind professionelle Maler und hab ich mal einen neuen Anstrich verpasst. Das war kein Blut. Ah, wir sind auf dem Motorräder. Blau. Oh, warum krieg ich rot? Blau hätte ich auch gut gesagt, ey. Da hat Fabi richtig hart verkackt. Ja, weil er keinen Führerschein hat. Ja, ja, natürlich. Ohne viel Stylika, guck mal, ey. Ja, komm. Bremsen, wieso sollte man bremsen? Macht keinen Sinn. Haps. Ja, Fabi hat den Weg hier nicht gefunden. Aber er ist auch eigentlich recht klar. Naja, okay. Ich muss erst mal durchkommen, bevor ich irgendwas sage. Ja, ist doch echt klar. Weil ich nehme so ein bisschen Damage. Aber es wird dann ein bisschen... Ja, ich nicht. Ja, bist auch weiter vorne. Ja, da geht's ja. Ich hab da leider so ein bisschen... Aber es wird... Gleich kommt eine Stelle, da nimmst du extrem viel Damage und da verkackst du dann fast. Aber das ist zum Spiel, bevor sie gehen. Ach, komm. Ja, da taucht du vorhin mit ne Absperrung auf. Jetzt mal ganz ehrlich. Weißt du, man fährt den Weg und plötzlich taucht vor einem so'n Scheiß auf. Als ob... Ey, was warst du da? Oh, sorry. So. Du fährst so lang. Wo wärst du lang? Habt ihr jetzt voll viel Damage genommen. Jetzt geht nicht nochmal den gleichen Scheiß gleich. Jetzt fahr ich was mal an. Bloß nicht oben lang. Bloß nicht oben lang fahren. Da ist ein Stausgesperr. Oh, hi. Oh. Lass mich weiter. Zu. Oh ja, fahr dagegen, natürlich. Das ist so cool. Vor allem jetzt muss man die Waffe ziehen, doch. Guck mal. Eieiei. Gell, oder? Krasser Moment. Ja. Könnte ein Thumbnail werden, aber leider ist das, wo wir beide auf der Schaufel sitzen, immer noch der Favorit. Ja, auf jeden Fall. Kann man erzählen. Da gab es nämlich ein Zehn, da konnten wir gleichzeitig rücken und saßen aus einer Wippe. Das war wunderschön. Der Dialog dazu. Ich hab's verschissen. Was machst du da, Alter? Ich hab's verschissen. Guck mal, wie unbeherdigt ich dich durch den Düngel fahren kann. Ja, ja, weil ich ja alle gerade abfange. Oh. Es sieht aus, dass sie die Schaufel stoppen. Sie müssen auf dem Weg gehen. Geh weiter. Jetzt wird's krass. Das war genau das, Mann. Die Leute sind verrückt. Na. Du überlegst das als Videoüberleben, das immer nur ganz knapp. Das ist aber vom Spiel zugegeben. Jetzt bei mir der Einstieg. Jetzt gleich der bei dir. Eieieiei. Lass mich davon nicht verwirren. Oh, Gott. Sagst du? Wir sollten nicht nebeneinander sein, glaube ich. Eieieiei. Kriegst du sie alle ab? Ja. Ich kriege gar nichts mehr ab! Oh, shit! Aber ich hab... Erfolgreich... Sieh. Yeah. Komm, rauf! Helft mir! Ach, sehr nice. Ah jetzt haben wir wieder die MP5. Okay. Kann man ein bisschen ruhiger. Ja natürlich. Noch welche. Gib mir deinen Kopf. Nein habe ich runter. Nein da. Nice bin drin. Dich nicht. Nimm meine Hand. Natürlich. Alter Schwede. Das war knapp. Bist du okay? Ja, ich bin okay. Hey Emily, großartig fliegen. Ihr seid verrückt. Vincent, du musst mich für das triple bezahlen. Du hast es. Vincent, du hörst mich nicht oft sagen. Aber danke. Du auch, Leo. So. Jetzt aber die Sache. Jetzt haben wir ihn getötet. Aber unsere Probleme zu Hause sind trotzdem. Wir haben trotzdem noch Beziehungsprobleme. Wir sind trotzdem noch auf dem Gefängnis ausgeworfen. Wir sind trotzdem noch auf dem Gefängnis ausgeworfen. Wir sind trotzdem noch. Wir haben kaum Geld. Warte, jetzt. Warum nicht? Es ist eine lange Weg nach Hause. Hast du nichts besser zu tun? Nicht wirklich. Soll ich schreiben, du. Soll ich. Sollst du machen. Okay. Dann schreiben wir jetzt einen Brief. Boah, mal ein Ladebildschirm. Eine Ausnahme. Hallo Frau mit Kind. Ich habe dich leider im Stich gelassen. Ich mag Leos Frau nämlich mehr als dich. Ich hoffe, das ist okay und das akzeptierst du. Viele Grüße. What's Leo up to? Dein Motherfucker Vince. About time to wake him up then. Yeah. Ach je. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Emily hat mir auch beim Brief schreiben geholfen. Nee, die fängt nicht so gut. Yeah. Will I... Ja. Ach ja. Da sind wir jetzt zurück. Aber bevor ich mit deiner Frau durchbrenne, muss ich noch meine Tochter abholen, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Ja. Weil das ist meine Tochter. Vielleicht kann sich ja dein Sohn und meine Tochter dann anfreunden. Ja. Wehwee. Wehwee. Ach ja. Wehwee. Wirp, wirp. Ja. Verkackt. All right, buddy, stand down. Was? 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 Ich meine, ich wusste es von Anfang an natürlich. Ja, klar. Ich bin nämlich hier der Cop im Game. Alter. Ja, das habe ich mir auch gedacht beim ersten Mal. Okay. Dann bauen wir stundenlang unsere Beziehung auf. Aber jetzt bist du wieder im Knast und deine Frau ist alleine. Ich habe meine Ziele erreicht. Warum haben die keine getönte Scheibe hinten drin? Ja, gute Frage. Das ist alles da. Was? Ja. 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 Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, heiß dich überhaupt, so wie ich heiße, aber ich habe meinen Namen vergessen, die heiße ich nochmal. Vince. James? Ja, stimmt. Heiß ich überhaupt Vince. If you want Harvey and the Black Wall Hub, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this and you know it. Alles ergibt einen Sinn. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. You're under arrest, Leo. And my Zinsen. Nobody move! I'll fucking kill him! Only make it a worse for yourself. Ach ja. Ach ja. It must be a bit more. Get out of my way! Get up! Take it easy, Leo. Get up! Stay away! Let's go! You don't have to do this. You're going to hurt, Chris. No, I'm going to do this. It's me sorry. Go! Instead of you not helping me, hey. To flee. And let me just live my life. I've fucking trusted you, Vincent! Leo. You need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please. Just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Just shut the fuck up! Hm, wie entscheide ich mich? Leo, please. This is insane. I understand your anger. But you've got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent. You have nothing to say to me. You're nothing to me. Oh, what's that's going to happen? Oh, it's too late. I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. Hör auf mich abzufacken. Lame mich mit mir. Ich bin sauer auf sich. Ja, sorry. Ja, natürlich, Max. Lass das mal, bitte. Ah, jetzt kommt wieder das Control-1-Tasten-Gesmammer. Wer hat gewinnt. Ich sterbe mir beide, ne? Oh, ja. Da ist das so. Einmal Ladebalken. Blub, blub. Ich komme vor dir raus. Warum? Weil ich schneller tippe. Leck. Das Spiel hängt. Oh, nee. Das Spiel hängt. Mitspieler reagiert nicht. Warum bist du so schnell jetzt? Der Tastaturvorteil. Natürlich. Ich glaube, es geht gar nicht anders tatsächlich da. Dass du als erstes, so minimal als erstes rauskommst. So spiel jetzt, häng nicht. Danke. Geht schon mal weiter. So, da sind wir wieder. Oh, nee. Mann. Aha, deswegen habe ich auch... Ah, war klar, welche... Dass Emily ist natürlich dann auch eine Polizistin. Was? Du brauchst nicht leben. Du brauchst ja nicht so geil. Oh, jetzt hast du... Oh. Da. Hör auf. Lass das. Lass das. Mach nicht alle. Oh Gott. Hör mal auf. Ah, komm. Du musst meinen Check-Forder noch erreichen. Nö. Magfair, ich bin wirklich tot. Hör auf. Ist mir wurscht. Ich mach dich fertig. Da war ich drin. Bin ich vorher ausgeschwungen? Nee, du bist jetzt verbrannt. Ja. Ja. Tauch doch unter. Was kräugelt jetzt wie aus dem Wasser raus, ey. Geh doch einfach unter diese Dinger. Da ist doch Luft. Da kann er doch einfach ein bisschen abkammeln. Und dann denken die erstmals, dass ich tot bin. Und dann kann ich erstmal fliegen irgendwie. Aber ich habe doch gesehen, dass da rausgekommen ist. Lass uns da runter! Okay! Okay, komm, schnell! Ich gehe diesen Weg. Okay. Sie stirbt jetzt. Der Fahrstuhl stirbt ab. Ey, warum wird sie hier so lange gezeigt? Weil sie wichtig ist. Geh raus! Geh! 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 Ich will dich nicht wehren, Emily. Geh raus! Du weißt, ich kann das nicht tun. Geh es nicht! Das ist zwischen mir und Vincent. Geh raus! Geh raus! Geh! Ich weiß, du bist zufrieden. Aber Harvey hat meinen Bruder zu töten. Ich hatte keine Wahl. Ich kann das gar nicht glauben! Ich spreche mit dem Kapitän. Wir reduzieren deine Sitzung. Meine Sitzung! Du bist ein totes Mann, du Scheiße! Was ist mit deinem Sohn? Alex? Schau dich nicht! Du kannst nicht diesen Namen nennen! Du kannst nicht diesen Namen nennen! Du hörst du das? Du bist ein totes Mann! Du bist ein totes Mann! Du Scheiße! Du kannst ihn finden! Ich kann ihn nicht weggeben! Ich weiß, wo du bist! Ich weiß, wo der Kug klingelt! Du kannst ihn finden... Du bist eine Gute! Bist du da? Alter! Alter! Ich treffe dich gar nicht, Alter! Nein! Ein Popo geschossen! Wieso treffst du mich da durch? Leo, komm! Wir müssen das nicht machen! Oh! Ist er so anders? Wo ist er denn? Ja, klar! Ah, ja! Versager! Ja, Kontroller! Versager! Haust ab! Ja, okay! Das ist echt einfacher! Ja! Aber genau deshalb hatte ich ihn genommen, weil ich halt sterben will! Sonst muss ich heulen! Das andere ist mir zu traurig! Zumindest auch schon mal ein paar Schützer für dich! Aber ey, wenn du mich triffst, dann kann ich auch nichts mehr machen in dem Moment! Geister, Alter! Gar nicht gut! Oh, ey! Oh, ey! Ja, das Ding ist halt auch, ich muss die App nur bewegen und dann hab ich schon gleich einen Vorteil! Ja, ja! Weil du gleich... Du bist mit der Maus hinten und hast ja sowieso halt schnell einen bewegen! Ja, ja! Aber es ist ja nicht schlimm! Ich will das ja so! Throw it away! Ja, du bist keiner an Waffenfeuerder, wir haben die gleichen! Du verdammt mich, du bin! Nur diese Helden! Ach, je! Oh, ja! Da hab ich dich! Er schiebt mich doch, komm! Get up! Oh, ja! Oh, ja, jetzt! trench du doch, du denkst um mich! Oh, ja, oh! Ich will dich noch kümmern! Oh irgendwie, aber irgendwas! Tier Nebaus tree Das kam aus dem Nichts. Bei Fabian hat es ein bisschen länger gedauert. Oh, jetzt kommt das. Ich hab dich nicht gesehen. Hast du mich gesehen? Nee. Erst als du direkt vor mir warst. Also ich wusste so, dass du ungefähr, also dass du oben bist, aber das... Hier war das Spiel letztes Mal zu mir richtig unfair. Ah. Lass das wie Männer regeln. Und zwar... Okay, nee, das geht noch. Oh. Ja komm, lass los. Du kannst es nicht mehr machen. Ach so. War gut. Na. Bumm. Die wirst du nie wiedersehen, Max. Und du wirst deinen Sohn nie wiedersehen. Ja, au, au. Das wollen wir ja sehen. Mein Gesundheitspark ist doch deutlich höher als dein. Ich glaub, das sagt tatsächlich nichts aus. Schon die Flashbacks ins Gehirn rein. Ja, warum bringt man sich denn um? Gegseitig. Man kann doch Freunde, Freunde bleiben, weißt du. Da wird die Straße herabgesetzt, dann bleibt dann ein halbes Jahr im Knast und dann macht man einen Gegrill-Party zusammen. Wo ist das Problem? Ja, du willst ja nicht, ne? Die sind nämlich eigentlich ziemlich glücklich. Die musst du da ja mitspielen. Und was natürlich auch nicht so geil ist, dass ich im Knast war, als das Kindertipps angekommen ist. Ja. Das sieht auch so ne Sache. Aber ich war ja nicht im Knast, weil ich irgendeine Scheiße gebaut habe. Das wäre der Unterschied. Naja, doch. Du hast dir manchen geklaut. Ah, du. Ich mein dich jetzt gerade. Ich mein dich. Ich rede grad, weil ich bin immer noch dabei. Ja, ich hab den letztes Mal gespielt. Ja, dein Lebensbalken hält nur noch einen Hit aus. Aber jetzt kommt was Unfaires, meines Erachtens. Guck mal. Bei dir liegen Objekte vor. Bei mir liegen keine Objekte vor. Ja. Ja, ist halt schon. Warum macht ihr das bei mir eigentlich nicht? Okay. Beenden wir das. Nicht machen. Das ist so. Vielleicht geht es irgendwann einfach vorbei. Wir haben tatsächlich richtig lange, haben wir da so gesessen. Ja, würde ich jetzt auch, ne? Ist halt. Gönn dir, komm. Passiert nicht. Gönn dir. Mach kurz weg. Wo geht der jetzt hin? Ach, bist du noch da? Milch hätte geholt. Ja, ich bin noch da. Boah, ey. Ich muss da vorein. Go. Big Art. Okay. Das macht, glaub ich, keinen Sinn. Leider nicht. Ich hab dich angepiekst. Hm. Leo. Du kleiner Verbrecher. Du bist auch nicht viel besser. Das Gute gewinnt. Ich hab auch teilweise extra, ich hab extra einen Controller genommen. Ich hab extra ein bisschen daneben geaimt, weil ich das Ende noch nicht kannte. Ja, das andere ist ja wahrscheinlich sehr viel emotionaler. Ja, das wird's natürlich auch auf eine andere Art. Ich glaub, wir sind beide sehr gleich. Ja, einfach die Spielabdecke kaufst. Ein letztes Mal. Du musst aufdrücken. Vielleicht retten wir ihn. Ne. Wir sind nicht da noch raus. Oh, Leo. Oh, Leo. Der Spitzkühl ist weg. Oh, jetzt nur ein Singleplayer-Spiel. Der Regen tropft auf mein Shirt. Er ist Naㅋㅋ Ähnlich. Ja, es gibt traurige Nachricht, oder? Du könntest besser verkraften. Ja, süß, die schafft das. Guck mal, dass ist ein Schloss, das offen ist. Das erinnert uns doch an irgendwas. Richtig. Hi. Kann ich in? Klar. Oh, vielleicht wird es doch noch was gemacht. Hi. Oh, hey. Wo ist Leo? Linda. Wir müssen sprechen. Äh, Alex. Warum nicht du raus und spielst ein Ball? Okay. Willst du spielen? Nicht gerade jetzt, Baby. Wir müssen sprechen. Okay. Es geht um Leo. Was? Ja, du verrägst es auch. Ich bin immer einfach drin. Oh, die geht ganz viel ran, ey. Mhm. Also, es ist ein bisschen zu... Go! Immerhin habe ich meine Familie noch. Äh, du deine, meinte ich. Ich glaube, meine... äh, also deine hättest du auch besser verkraftet. Hm. Mom? Mom! Ja, ja. Haben wir ja... Haben wir ja... Ich frage mich, ob... äh... Du ihr erzählt hast, dass ich ihn wirklich umgebracht habe? Oder nur, dass er tot ist? Nee. Nur, dass er tot ist. Oder, sonst wäre ich schon tot. Sollen wir uns einschätzen. Richtig. Ja. Geladen. Ach ja. Ich fahre nach Hause. Ich klage bei den Entwicklern ein alternatives Sender ein. Wie bitte? Ich, ich, äh, klage bei den Entwicklern ein alternatives Sender ein. Okay, mach das. Wie bei Farcrime. Wenn du 15 Minuten gar nicht schust. Ach ja. Dann gehen sie bald nach Hause und feiern eine Grillparty. Ist glaube ich ja so echt früh im Spiel, ne? Was ich gehört hatte? Ähm, ja, nach der ersten Cutscene. Ja, ja. Also, beziehungsweise der ersten... Ich hatte mit einem Prolog. Hier. Hier. Was ist das? Es ist meine Resignation aus dem Büro. Oh. Silber Carol. Ich bin weg. Bitte. Bitte. Gib mir nur noch eine Chance. Ich nenne sie Julie. Das ist ein schönes Name. Ja. Und sie hat auch deine Augen. Mit dem Kopf vom Baby so ein bisschen im Arm rumgeglitscht. Ja ne, ist klar! Willst du rein kommen? Oh, okay. Hast dich schon aufgeregt. Ich will auch. Wichtig. Verständlich. Ach ja. Ja. Ja, das hätte ich mir jetzt geiler vorgestellt auf Ende. Ja, es geht noch weit. Oh, Friedhof. Ja, es geht noch weit. Oh, Friedhof. Ein kleines Grab. Bei mir war da mehr los. Bei dir war da mehr los. Ja, Leo hat es halt, ne? Ist halt kein Ohr. Ja. Tja. Irgendwann hat sein Dino-Shirt nicht mehr. Ja. Freddy, bring mir Taschentücher. Ja, mir auch. Ich muss heulen. Ach Musik, sei doch nicht so emotional. Echt so? Übertreibs jetzt nicht. Komm. Er war in Ganore. Er hat's verdient. Ja, ja. Das war's. Und da sind die Credits. Die Credits. Die Credits. Ja, schönes Spiel, oder? Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Story ist cool. Und... Ja. Ja. Und das Koop halt, ne? Ist halt... Ja. Schon geil. Richtig. Mal wieder was anderes. Oh Gott. Vor allem, ich finde halt noch die Koop-Verpflichtung ziemlich gut. Ja. Ist echt ne ganz gute Entscheidung gewesen. Das ist geil. So, dann würde ich mal sagen, du warst das hier im Stream auch, das Spiel. Ja. Ist voll Gameplay-Video. Und hier für uns war's auch. Vielen Dank Freddy, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich hab dich eingeladen, mein Spiel zu spielen. Und... Wir sehen uns am Freitag wieder. Da geht's nämlich weiter. Da sitzt nämlich dann noch jemand hier neben mir. Und wir spielen ein anderes Story-Spiel durch. Oh. Oh. Also Freitag. Freitagabend. Seid dabei. Und... Genau. Bis dann. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.